Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Du, wo erwische ich dich denn gerade? Ganz wichtige Podcast-Frage. Zuhause. Das war die falsche Antwort. Entweder hättest du sagen müssen, kalt, weil es ist Herbst. Oder du hättest sagen können, mit einem Messer in der Hand. Denn wir reden heute über das Halloween-Franchise, um einen ganz schlechten Kult-Opener zu machen. Du musst echt aufhören, Lanz und Precht zu hören. Es tut dir eigentlich gut, lieber Timo. Das ist gefährlich. Lass es. Bitte. Ich mag dich, aber such dir Hilfe. Fun Fact, ich höre Lanz und Precht gar nicht, sondern das ist irgendwann in meine Podcast-Mediathek gerutscht. Und ich habe mal, ich glaube, eine Folge, drei Viertel gehört. Fand die ganz interessant. Und seitdem finde ich dieses, wo erwische ich dich gerade, eine sehr schöne Gesprächseröffnung, um mich darüber lustig zu machen, wie ich Lanz und Precht finde. Oder Glaube zu finden, weil ich es da nie ganz gehört habe. Ich habe es auch noch nie gehört. Ich kenne nur diese Spotify-Parodie davon. Es gibt ja Podcasts, die Podcasts von dem Tommi Schmidt. Und so habe ich tatsächlich die erfolgreichsten Podcasts Deutschlands erst kennengelernt, wenn ich ganz ehrlich bin. Sehr schön. Wir sind ja auch ein erfolgreicher Podcast und deswegen werden wir beide heute, bevor wir den letzten Fragezeichenteil des Halloween-Franchises, nämlich Halloween Ends, in der Presseführung sehen werden, reden wir heute ein bisschen über das Franchise an sich. Ich gehe mal davon aus, du hast alle gesehen. Ja, tatsächlich. Ich habe alle gesehen. So richtig erinnern tue ich mich nicht mehr an alle. Dafür sind es ein bisschen zu viele. Und einige dieser zurückgegangenen Teile oder Filme aus dem Franchise waren, halte ich fest, auch nicht so gut. Fun Fact. Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Ja, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe Teil 2 geskippt. Ich kenne drei nur so ein bisschen. Den habe ich irgendwann mal auf 13th Street, diesen mittlerweile Sky-Spartensender oder Carbon-Netz-Spartensender gesehen. Den Rest habe ich wirklich irgendwann einfach mal so im Fernsehen nebenbei geguckt. Ich glaube RTL 2 oder RTL. Und finde, die Reihe an sich ist halt so eine Slasher-Reihe, die mir nie wahnsinnig viel bedeutet hat. Dann kam irgendwann Age 20. Der rutschte so in dieses Scream-Ich-Weiß-was-du-letzten-Sommer-getan-hast-Nummer-Reihen. Den fand ich gar nicht so schlecht. Und danach hätte der Ofen ja nicht auch sein können. Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Ja. Und dann kommt noch Halloween Resurrections, richtig? Genau, der dafür bekannt ist, dass es eine Szene gibt, in der Buster-Rhymes Michael Myers mit Kung-Fu aus dem Fenster tritt. Buster, Buster. Gib mir so mal. Hast du diese Rob Zombie-Remakes gesehen oder diese Neuinterpretation? Ich nämlich nicht. Ja, die habe ich alle gesehen, tatsächlich. Wie findest du die? Ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen finde ich gerade beim ersten Teil ist es gleichsam erfrischend, wie aber auch grabschänderisch. Dass er halt eben so die Jugend von Michael Myers erklärt und halt eben versucht zu erklären, warum Michael Myers so ist, wie er ist. Der zweite Teil ist dann so, dass er zu Beginn wirkt wie ein Remake des originalen zweiten Teils von 81. Und dann nach so ungefähr 20 Minuten seine eigenen Wege geht und fast schon surrealistisch wird. Und natürlich muss man sagen, dass Rob Zombie, wer ihn als Filmmacher kennt, natürlich ein großer Freund ist, der sehr harten Gang hat. Das heißt, die Kills sind da wirklich, ja, schon extrem sadistisch. Gerade im zweiten Teil gibt es, glaube ich, eine Sequenz, wo Michael Myers gefühlte Minuten auf so eine Krankenschwester einsticht, die halt wirklich am Boden liegt und schreit und wimmert. Also, die beiden Filme haben ihre Qualitäten. Ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber ich bin auch niemand, der sich verteufelt. Vielleicht kann ich es so am diplomatischsten ausdrücken. Ich glaube, genau aus dem Grund habe ich diese beiden wirklich bisher weggelassen. Weil ich finde gerade so sadistische Gewalt schwierig. Also nicht, weil sie irgendwie von mir kritisiert oder gesellschaftlich geächtet gehört, sondern weil ich es einfach nicht sehen mag. Das merke ich mir dann immer an, dass ich, wenn ich da so mit so einer gerümpften Nase sitze, so alle Hostel Augen abklemmen, dann dachte ich so, das muss ich mir, glaube ich, nicht geben. Und Sadismus ist halt ja auch eine Sache. Aber da war schon mal gleich dazwischen gequetscht, weil ich fand ja, Halloween Kills hatte ja durchaus auch so sehr zynische, teilweise auch sadistische Gewaltspitzen. Wie kamst du damit zurecht? Das ging. Ich hatte gleich ein bisschen auf das Franchise oder dieses, ja, was ist es da? Ich finde, es ist ja so eine Art Reboot-Quill, Remake-Quill, würde ich ja fast schon sagen. Also die offizielle Bezeichnung. Neue Halloween-Reihe, ne? Ja, also die offizielle Bezeichnung für die letzten Halloween-Filme lautet wohl Legacy-Sequels. Kurz zur Erklärung, Legacy-Sequels im Fall von Halloween bedeutet, das ist eine Fortsetzung des allerersten Teils von 78 und alle anderen Filme werden einfach ignoriert. Was eben auch dazu führt, dass Laurie Strode in den neuen Filmen nicht die Schwester von Michael Myers ist. Genau. Ich finde Halloween-Kills, um das mal vorwegzunehmen, wesentlich weniger gelungen als Halloween 2018. Und das liegt unter anderem auch an dieser Gewalt, also ich finde das nicht so wahnsinnig erzählerisch kniffig und besonders edgy, wenn man heutzutage wirklich dieses Schlachtgemetzel da hat. Ich erinnere mich an eine Szene, ich habe den Film zu drei Vierteln nochmal gerewatcht, aber halt nicht ganz fertig geschafft. Da metzelt, glaube ich, Myers einfach nur, da haut er immer so ein Messer in so einen Rücken. Genau. Ich glaube, das Opfer ist auch schon längst tot und ich frage mich, was macht er denn da? Also will er jetzt irgendwie Hannibal Lecter sich ein Filet rausschneiden oder macht er sich Geschnetzeltes? Ich verstehe da einfach nicht, wo soll das erzählerisch hinführen. Ich habe allein schon, und jetzt gehe ich mal wieder zurück zu Halloween 2018, allein aufgrund der ersten 20 Minuten, die ja viele sehr, sehr kritisieren bei dem Film von David Gordon Green, finde ich, ist völlig klar, das ist eine Reinkarnation des Boogiemans und das ist das ultimativ Böse. Und das wird uns komplett klar gemacht, der Typ ist übermenschlich fertig. Deswegen brauche ich in zwei nicht noch diese, wirklich diese harten, überharten Gewaltspitzen. Mir ist völlig klar, dass das ein Mensch, in Anführungsstrichen, ohne Seele, ohne Gewissen sein soll. Deswegen habe ich mit Halloween Kids meine Probleme. Ich habe dem aber, weil ich so zwei, drei Ansätze noch ganz spannend fand, habe den, glaube ich, drei von fünf bei Letterboxd gegeben. Du nur zwei von fünf, ne? Ja, also ich habe ihn jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal auch rewatcht in dieser Extended-Fassung, die jetzt aber nicht so viel Mehrwert bietet, außer halt ein paar Kills sind ein bisschen mehr ausgearbeitet, sage ich mal. Und ja, also wie du schon sagtest, Michael Myers, so der Boogeyman oder The Shape ist das pure Böse und natürlich tötet der. Aber der hat halt gerade im ersten Teil, wenn man es vergleicht, der tötet halt nicht sadistisch, sage ich mal. Der macht das relativ schnell. Natürlich nagelt der mal jemand an die Wand. Aber bei Halloween Kills gab es halt ganz viele Szenen, wo ich halt, das war mir auch ein bisschen zu zynisch und zu sadistisch. Und deswegen hatte ich damit auch Probleme, wobei mein größeres Problem liegt mehr darin, dass ich es sehr schön fand im 2018er Halloween, dass da ja gegen Ende diese rollende Verteilung getauscht wird. Dann ist ja Jeremy Curtis-Figur die Jägerin und er das Opfer quasi. Also sie spiegeln ja quasi so den Endkampf des ersten Halloweens von 78 und machen damit eigentlich eine ganz schöne Sache auf, nämlich wenn du irgendwann so viel Angst hast und so oft mit dem Bösen konfrontiert wirst oder allgemein mit dem Bösen konfrontiert wirst, dass du selbst zum Bösen wirst. Und ich finde es sehr schade, dass sie das im zweiten Teil so gut wie gar nicht aufgegriffen haben. Stattdessen schicken die so einen Lynch-Mob halt durch die Stadt. Und du fragst dich halt ernsthaft, wirklich diesen Typen habt ihr von Michael Myers gehalten? Das ist jetzt, sorry, also ich bin kein Logikfetischist, aber das fall ist mir zu dumm. Das ist auch mein größtes erzählerisches Problem mit diesem zweiten Teil. Ich finde, der verlässt sich zum einen sehr, sehr darauf, dass man das 2018er Requel, Legacy-Sequel, dass man das kennt, denn der setzt ja wirklich genau in der Nacht an und zeigt einige Dinge nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Dann nimmt er eine Handvoll Figuren, die wir vermeintlich aus dem Original-Halloween 2 kennen sollen oder setzt uns die zumindest vor und dann hat er so ein Mittelteil-Ding, das ist natürlich bei diesen Mittelteilen, da gibt es grandiose Teile wie Dark Knight und wie Empire Strikes Back, aber er hat so eine Schwierigkeit, dass der zu irgendwas hinführen soll und das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Ich war totally fine mit dem Ende von Halloween 2018. Ich fand das, fand Halloween 18 sehr, sehr gut. Also ich mochte den richtig gerne beim ersten Mal. Der hat jetzt beim Rewatch ein bisschen unter dem Eindruck gelitten, dass ich dachte, mhm, ich mag den vom Tempo her, vom Pacing her. Ich find den Aspekt dieses Loomis-Nachfolgers, ja, kann man machen. Macht natürlich so einen Twist einmal auf, aber ansonsten ist das ein relativ geradliniger Slasher und dann hat er, wie du schon sagtest, diesen schönen Moment, dass er es umkehrt und zeigt so diese vermeintlich, auch so ein bisschen Meta, dass diese dummen Final Girls oder diese etwas schlaueren Final Girls, aber immer noch in sich eigentlich ja dummen Damen, ich glaub Judy Greer sagt ja in allem so, ich schau nicht mehr und dann ja. Das ist mit einer meiner liebsten Szenen im ganzen Franchise, wenn sie halt in dem Keller ist und dann wirklich so wimmert und dann taucht er auf und dann sagt sie so, gatsch, und dann knallt sie hinweg. Großartige Szene. Allgemein muss ich sagen, das ist schon, also ich finde die Filme, die neuen sind sehr emazipatorisch, ohne jetzt zu aufdringlich zu sein. Ich fand's aber halt auch echt schade, dass jetzt der zweite Teil damit endet, dass Laurie Strauss' Tochter halt getötet wird. Und natürlich wurde jetzt immer gesagt so, ah, ist sie wirklich tot? Ja, ist sie. Also im Extended Cut wird das nochmal sehr deutlich gemacht und jetzt in den ganzen Promotion-Materialien zum dritten Teil, oder es ist ja eigentlich der vierte Teil, wenn man es genau nimmt, taucht sie auch nicht auf und deswegen, ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass sie wirklich tot ist. Ja. Ich bin gespannt, ob sie erzählerisch, weil wir ja schon, glaube ich, wissen, dass es einen deutlichen Zeitsprung geben wird, also eine Abkehr zwischen Teil 1 und 2, ob das denn wirklich funktionieren wird. Ich finde es einerseits ganz clever, weil sie natürlich dem aus dem Weg gehen, dass man jetzt, und das ist ein bisschen eigentlich das Größte, woran für mich Halloween Kills neben dem Aspekt des Erzählers schon so ein bisschen scheitert, der verlässt sich halt total darauf, dass der ein Sequel ist. Das heißt, man muss wirklich den 18er gesehen haben, finde ich, um Halloween Kills überhaupt irgendwie, um da mitzukommen. Und ich glaube, vielleicht noch ein bisschen aus Box-Office-Gründen haben sie gesagt, lass uns mal die Verbindung zum ersten und zweiten Teil ein bisschen kürzer halten und lass uns das Erzählerisch ein bisschen verlagen in eine andere Zeit. Denn, mach uns mal nichts vor, ey, also gerade der erste Teil ist ja, was das Box-Office in Amerika angeht, ist der ja eingeschlagen wie eine Bombe. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er so um die 150, 160 Millionen Dollar eingespielt und hatte ein erstes Wochenende, ich glaube, mit knapp 50 Millionen. Das ist schon ein Brett gewesen. Und ich bin bei Halloween Kills nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat nicht so ganz wie erhofft geformt. Ja, also ich habe ja sicher die Box-Office-Zange gerade eben nochmal angeguckt und der Halloween von 2018 hat global gesehen über 250 Millionen gemacht. Ähm, und der Halloween Kills hat 100, ich glaube, 160 waren es. Und, ähm, also die Trilogie nenne ich es mal, weil Ernst wird auch seinen Gewinn, glaube ich, einfahren, weil der war bestimmt auch nicht teuer. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Trilogie vermutlich am Ende des Jahres vielleicht so, ja, vielleicht, wenn es gut läuft, 600 Millionen gemacht hat. Was für ein R-rated Horrorfilm echt nicht schlecht ist. Oder für eine Horrorfilmreihe. Da lacht Andi Muschetti und die It, äh, die beide Teile lachen da sich wahrscheinlich Schäckig und Top Gun Maverick in diesem Jahr auch. Ähm, aber du hast vollkommen recht, die sind ja immer recht günstig produziert, solche Horrorfilme und dementsprechend sollte dann schon Gewinn abfallen. Glaubst du denn, dass so erzählerisch die Feen zu Ende gesponnen werden, sodass du auch wirklich das Gefühl hast, jo, das ist jetzt ein Abschluss? Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich glaube sehr, dass es der letzte Film sein wird, Halloween-Film mit Jeremy Curtis, die ja, glaube ich, auch jetzt gestern bei Jimmy, äh, Kimmel war es nicht, Fällen, unterschrieben hat, dass es sie wirklich nie wieder einen Halloween-Film machen wird. Und es könnte durchaus auch sein, dass es der letzte Halloween-Film sein wird von Universal und Blumhouse, die halt eben nach drei Filmen die Rechte wieder abgeben müssen. Äh, aber wir haben ja schon gesagt, wie erfolgreich die Filme waren, da wird ein neuer Film teilkommen. Neues, neues Remake, neues Reboot, nenn es wie du willst. Und was jetzt diese Timeline, nenn ich's mal, angeht, ja, ich glaube wirklich, dass die versuchen werden, es abzuschließen. Die Frage für mich ist aber, wie wollen die das hinbekommen? Ne, wir haben jetzt halt, äh, in Teil 1 und 2, äh, also, Halloween und Halloween-Kills so oft gesehen, was dieser Michael Myers als aushält, wo man sich halt fragt, wie will man die überhaupt umbringen? Also, wie soll das geendet werden? Denn, äh, der wurde angeschossen, der bekam, äh, eine Heuhake irgendwie bis zum Anschlag in den Nacken, der wurde von einem Lünchmopf wirklich fast zu Tode geprügelt. Und trotzdem steht der immer wieder auf. Und die Frage ist halt, wie soll's dann enden? Natürlich gibt's halt diese, ich nenne es mal Beziehung zwischen ihm und Laurie Strode, die aber jetzt, wo sie halt nicht ihre, äh, nicht seine Schwester ist, auch irgendwie seltsam erscheint. Weil, das muss man ja auch mal sagen, in Halloween 2018, es war ja nicht so, dass Michael Myers sie gesucht hätte. Ne? Der hat ja erst angegangen, als sie ihn wirklich aktiv, sag ich mal, fast schon bedrängt hat. Das klingt ja so ein bisschen falsch, aber es war halt einfach so, ne? Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, wie gesagt, ja, Halloween Ends nimmt seinen Titel auch ernst. Ich bin halt nur gespannt, wie es ausgehen wird. Und, ähm, ich wage die Prognose, dass dieser Film die Zuschauer oder die Fanschaft wirklich spalten wird. Ich bin mir sicher, ähnlich wie der, äh, Halloween 2 von Rob Zombie, da wird es viele geben, die sagen, boah, das ist was wirklich Neues, was wirklich Frisches, die wagen sich ja was. Und es wird die Leute geben, die damit nichts anfangen können. Das ist meine Prognose, mark my words. Das ist schön, ja, weil wir uns ja dieses Mal etwas Besonderes vorgenommen haben, nämlich, dass wir wirklich diesen Teil, den ihr jetzt gerade hört, und deswegen spoilern wir auch heftig hier für die beiden Halloween, äh, Remakers, Legacy Sequels oder wie auch immer man das Kind nennen möchte. Das machen wir natürlich, wenn wir die Besprechung des, äh, hoffentlich finalen Halloween-Bloomhaus-Saga-Teils, Halloween-Ends gehen, da werden wir ganz, ganz sensibel und vorsichtig sein. Das können wir natürlich, also ich kann jetzt Zukunftsteam und Zukunftstuhl noch nicht in den Kopf gucken und in den Mund ablesen oder in die Ohren, oder in den Ohren ansehen, dass sie nicht spoilern werden irgendwann, wenn sie ins Schwafeln und Sprechen kommen, aber wir werden dann immer eine ganz deutliche Spoilerwarnung reingeben, denn ich hab, äh, bei Social Media sehr aufmerksam verfolgt, Jamie Lee Curtis ist übrigens da krass aktiv, was, äh, die PR angeht für diesen Film, aber auch schon für damals für Everything, Everywhere, All at Once. Da, äh, wird, äh, quasi ermahnt, don't fucking spoil it, also dementsprechend werden wir es an dieser Stelle dabei auch belassen, wenn wir in die Besprechung von Halloween-Ends gehen, dass wir wirklich, wirklich die Erwartungen, die wir jetzt formulieren, wir, wenn wir, wenn wir sie Spoiler-bei abhaken können, werden wir es machen, wenn nicht, dann nicht. Ich persönlich weiß gar nicht, ob ich, ähm, ein abschließendes Ende so erwarte, wie ich das befriedigend fände. Ich fand es ganz spannend, dass sie, und deswegen ist meine Unwissenheit bei Rob Zombie, ein bisschen die Krux des Ganzen. Ich fand es aber spannend, dass sie versucht haben, Michael wirklich häufiger mal ohne Maske zu zeigen, zwar nie, wenn ich mich zumindest richtig erinnere, nie den frontalen Blick auf sein ganzes Antlitz zuließen, aber zumindest sehr häufig die Maske auch mal fallen gelassen haben, beziehungsweise auch im ersten Teil daraus spinnen, dass er sich diese Maske erstmal wiederholt. Und das war ein ganz, ganz spannender Ansatz, also dem Bösen quasi das Demaskierende zu geben und diese Fratze rauszureißen und das Böse einfach mal so zu zeigen. Ich bin gespannt, ob es davon vielleicht einen Moment gibt im dritten Teil, wo wir endgültig mal in Anführungsstrichen die volle Pracht sehen können. Ähm, ich bezweifle allerdings, also da sind natürlich die Fans gefragt, die werden wahrscheinlich sagen, bloß nicht, bloß nicht, da merkt man wieder, ne, ich bin kein Halloween-Film-Fan, äh, sondern, oder Rhein-Fan, sondern ich freue mich einfach, einen hoffentlich guten Horrorfilm zu sehen, einen hoffentlich guten Slasher zu sehen, muss man eigentlich genauer sagen. Und ich weiß nicht, also, ich hätte damit kein Problem, wie ist es bei dir? Ach, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich es nicht so wild finden würde, wenn man sein Gesicht mal sieht. Man muss ja auch sagen, dass im allerersten von 78 dann hier 4K-Auflösung und so, diese eine Szene, wo er halt die Maske abnimmt, da kann man sein Gesicht in den neuen Fassungen schon relativ deutlich erkennen. Ähm, und jeder, der wissen will, wie Michael Myers ohne Maske aussieht, es gibt diverse Behind-the-Scenes-Aufnahmen, von dem Jude Courtney, der den, glaube ich, spielt, äh, also, so sieht er ohne Maske aus, ihr müsst da nur ein bisschen recherchieren, da habt ihr es. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass mir es gefallen würde, wenn sie ihn wirklich mal ohne Maske zeigen, weil es auch sowas, auch wieder so, diese Endgültigkeit des Teils dann irgendwie für mich unterstreichen würde. Ich hätte mehr ein Problem, glaube ich, damit, wenn sie anfangen lassen würden, zu sprechen. Oh ja, das, glaube ich, wäre das größte Bauchweh-Thema, was ich habe, dass sie bitte, 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 auch bitte, also, vorsichtig formuliert, wir wissen ja nun auch aus Social Media, dass der, äh, Darsteller von Michael Myers, dass, äh, er schon gesagt hat, es sei eine sehr erotische Schlussszene, also, da sei alles drin, da muss man natürlich mal aufpassen, weil Amis können halt eines, äh, oversellen, und sie können auch was zweites, sie können halt PR, wie, wie nix gut ist, und ich hoffe, es handelt sich wirklich wohl ein oversell, weil ich, ich möchte nichts sehen, was Händchen halten, ähm, Zärtlichkeitsbekundung oder sonstiges angeht, ich meine, Laurie Strode sagt im ersten Teil, ich habe so lange gehofft, dass er ausbricht, damit ich ihn endlich umbringen kann, damit er endlich von diesem Planeten verschwinden kann, ich will dann nicht sehen, dass irgendwie Laurie Strode da mit Michael Myers Händchen hält und vielleicht, in Anführungsstrichen, beide so das Zeitliche segne und man beiden, äh, anmerkt, dass sie jetzt, äh, dass diesseits hier verlassen, das will ich einfach nicht. Was ich gerne sehen würde, wäre, wie sich die Enkelin entwickelt, ich weiß leider ihren Namen gerade gar nicht. Alison. Da bin ich gespannt, weil da gab es im ersten Teil schon mal so einen Moment, so gegen Ende, wo dann auch die Abblende kommt, da hat sie halt ein Messer in der Hand und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt auch die Erlebnisse, ähm, des Todes ihrer Mutter dazu führen, dass sie, äh, vielleicht ähnlich Bad Ass werden könnte, wie, wie Laurie Strode. Ja, und des Vaters, der Vater wurde ja im ersten Teil oder im zweiten Teil, also ich komme da ja durch, du weißt, also in Halloween 2018 wurde ja der Vater auch schon getötet und ja, das dachte ich mir auch mit dieser Szene in Halloween Kills, ähm, es gibt ja in Halloween 4, äh, die bekannte Schlusseinstellung, wo die Nichte von Michael Myers dann irgendwie so, da ist der Fluch in sie übergegangen und da gehen natürlich auch viele Fan-Theorien, die jetzt besagen, okay, vielleicht wird ja, ich sag's mal so, sie der neue Endgegner, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das würde dann wieder den Fokus zu sehr auf Jamie Lee Curtis abrücken und, äh, ich glaube schon, dass Laurie Strode auch jetzt endlich mal wirklich ein Pay-Off verdient hat, ähm, was ich halt aber auch ein bisschen seltsam finde, ich meine, im zweiten Teil wird das ja immer so aufgemacht, als ob Michael Myers dieses, dieses Städtchen Hattenfield ja wirklich komplett traumatisiert hat und das hat er wahrscheinlich auch damals, aber er hat halt vier Leute umgebracht oder drei oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es sind drei im Original, Genau, ne? Und dann frage ich mich halt schon so, warum, warum, also ist das immer noch so ein großes Thema? Also das wirkt ja wirklich so, als würden in Henfield die Leute wirklich komplett depressiv sein, weil da vor 30 Jahren jemand drei Leute umgebracht hat in Irrer. Also, wenn ich in meiner kleinen Stadt mal recherchiere, hier gab's auch schon einige böse Sachen, ja? Und trotzdem geht das Leben halt weiter und ich kann ja verstehen, dass Laurie da zu klappern hat, weil die hat's halt wirklich dick abbekommen im ersten Halloween und musste ja auch ordentlich gegen ihn ankämpfen und hat wahrscheinlich auch irgendwie ein Traumata mitgenommen, aber dass es so auf die ganze Ortschaft sich ausgebreitet hat, das war so eine Sache, die fand ich im zweiten Teil, also, ja, da bin ich nicht mehr mitgegangen. Das war mir irgendwie dann ein bisschen zu blöd. Also neben den diversen Qualitäten, was so den Aufbau angeht, finde ich visuell und auch auditiv sind das zwei richtig gute Filme, gerade so die Feuerwehrsequenz im zweiten ist wirklich herausragend toll aus. aber das ist, aber das ist, glaube ich, eines der großen Schwierigkeiten, weil du hast was angeschnitten, du versuchst, wirklich was aufzubauen, um richtig Größe zu erlangen und ich weiß gar nicht, ob ich das gebraucht hätte. Ich bin da sehr bei dir. Es soll nicht böse und auch nicht zu zynisch klingen, aber an einem schlechten Mittwoch ist in Schulen in Amerika vielleicht sogar mehr los, als in Hettenfield, als es 1900 oder in den 70ern waren, dementsprechend. Das bitte unter allem Zynismus, der auch heutzutage vielleicht manchmal herrscht, nicht böse verstehen, aber ich glaube, die Hörer wissen, worauf ich hinaus möchte. Diese drei Kills, die es am Ende sind, das dann jetzt gerade mit den Legacy Sequels quasi so auszubauen, dass es geschnetzeltes Ragout gibt und dass da einfach der Bodycount so massiv erhöht wurde, das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, da verkommt dann die Reihe für mich wirklich neben einer soliden Horror und einer guten Slasher-Reihe zu so einem, na, wie sieht denn der nächste Kill aus? Du fieberst ja gar nicht mehr mit mit Figuren. Du nanntest vorhin das schule Ehepaar. Du denkst, okay, wie werden sie jetzt umgebracht? Du wartest gar nicht drauf, so schaffen sie es vielleicht oder schaffen sie es nicht, sondern du weißt, die gehen jetzt drauf und wie blutig wird es denn? Und das, ich hoffe, da wird der dritte Teil so ein bisschen den Ausweg nehmen, dass er da ein bisschen die Handbremse wieder anzieht und ein bisschen ruhiger ist, vielleicht versucht zu erklären. Ich bin ohnehin gespannt, wie sie so als, ja, im Nachhinein muss man das ja mal ehrlicherweise sagen, als dann Trilogie-konzipierte Reihe, das funktionieren wird mit diesem erzählerischen Bruch zwischen Teil 2 und Teil 3. Bin skeptisch. Ja, ich auch. Aber was ich dem zweiten Teil wirklich geben muss, dieses Ehepaar, genau wie dieses Pärchen, also Big Jim oder Little Jim, diese zwei, die da halt eben in einem alten Meiershaus wohnen. Ich finde halt, dass der Film relativ gut darin ist, mit wenig Screentime denen eine Persönlichkeit zu verleihen. Also mir tat das auch wirklich leid, dass die gestorben sind. Da gab es andere Slasher, da werden halt Leute abgemurkst und sie sind mir halt egal, weil ich habe da keine Verbindungen zu. Aber das haben sie in Halloween Kills relativ gut gemacht. Und das Problem ist halt, das wiederum sorgte auch dafür, dass dieser Sadismus noch zynischer wirkte. Allein die Szene, die du schon am Anfang angesprochen hast, wo er wirklich dieses Messerbord nimmt und jedes Messer einzeln in diesen Rücken von dem alten Mann da reinjagt. Und man sich auch wirklich denkt, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, was soll das bringen? Um mal so eine ganz doofe Frage zu sagen, das ist nicht mehr mein Michael Myers. Entweder ist es wirklich nicht mehr mein Michael Myers oder unser Michael Myers oder man denkt halt, das ist ja eine Gefahr, die man bei einem Autoren wie Danny McBride, der ja sonst eher Comedy macht, soll das jetzt lustig sein? Also die Reihe hat ja nun wirklich gerade im Legacy-Requel oder wie auch immer man das nennen möchte, also mit dem 18er-Halloween eigentlich völlig klar gemacht, dass wir halt nicht lustig sind, dass wir den Stoff durchaus ernst nehmen und uns nicht auf der Meta-Ebene darüber lustig machen oder uns selber lustig machen. Und deswegen habe ich mit dieser ganzen, also wirklich mit der Szene eigentlich meine größten Probleme, weil ich denke, was soll das? Also probiert er jetzt aus, welches Messer am besten das kann oder reagiert er sich ab oder ist es tatsächlich so als Humoreinlage gemeint? Sag ich immer, guck mal, wie lustig, der ist schon tot und der haut da immer noch Messer rein. Das ist, ja, ich sag's nochmal, das ist wirklich mein größtes Problem mit Halloween-Kills, diese großen Sequenzen, wo dieser Sadismus so zur Schau gestellt wird, dass ich denke, was willst du jetzt machen? Ich hab doch durch Teil 1, du hast mir genug gegeben, dass ich weiß, das ist hier das ultimativ Böse, auch wenn da ein, ja, fehlgeleiteter Psychologe oder Psychiater sich da noch irgendwie in Anführungsstrichen in die Situation so bringt, dass eigentlich die Geschichte ja erledigt ist, ne? Also ich glaub, nach einer Stunde zwölf ist eigentlich der 18er Halloween. Wenn die Figuren nicht manchmal so dämliche Sachen machen würden, wär eigentlich vorbei, aber für diesen Twist fand ich es gar nicht so schlecht. Wobei ich sagen muss, dass da so, was diese ganzen Slasher-Klischees angeht, dass ich da den zweiten echt noch schlimmer fand. Also irgendwann konnte ich diesen Satz nicht mehr hören, was war das? Warte, ich guck kurz nach, nicht mehr hören im zweiten Teil. Also das ist wirklich schlimm. Was ich jetzt aber ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die FSK-Freigabe ist jetzt draußen zu Halloween Kills und der Halloween 2018 hat eine 16er bekommen, finde ich legitim. Der hat zwar ein paar härtere Sachen drin, aber alles noch im Rahmen. Halloween Kills, will dich überraschen, eine 18er und der Halloween, nee Quatsch, doch, hier Kills war es. Und Halloween Ends hat jetzt auch eine 18er bekommen. Ich habe im Vorfeld schon gehört, dass der aber gar nicht so brutal sein soll wie seine Vorgänger. Nicht falsch verstehen, auch da wird gemordet, auch da wird Blut fließen, auch da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen unangenehmen Kill geben. Würdest du es begrüßen, wenn er jetzt wirklich sanfter wird oder glaubst du mit der Freigabe, dass das wieder genau so ein Schlachtfest wird wie der zweite? Es gibt ja so zwei Arten von Gewalt und von 18er Freigaben. Also das kann ja sein, dass das an der wirklich drastischen, blutigen, ekelhaften Gewalt liegt oder es kann natürlich auch so sein, dass es gewisse inhaltliche Dinge gibt, die für 16 Jahre selbst auch nicht mehr zu verdauen sind. Also das Stichwort Rollenumkehr hattest du vorhin ja schon mal genannt. Vielleicht gibt es einfach Möglichkeiten, bei den Kills etwas runterzuschrauben. Das würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen. Ich würde ungern ständig weggucken müssen, weil da bin ich sehr zahmeseitig. Liebe Hörer, falls ihr da auch. Ich habe da vollstes Verständnis für. Aber ich würde es spannend finden, ich habe das nämlich heute auch geguckt, dass die FSK eine 18er erteilt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen auch an dem Vorgänger liegt, dass sie gesagt haben, es geht in dieselbe Richtung, es wird auch wieder sehr, sehr explizit. Vielleicht wird es auch in einigen Bereichen sehr ausgedehnt bei den Kills. Das war so bei zwei ja auch schon der Fall, dass man so dachte, es stirbt doch in Anführungsstrichen hoffentlich für dich endlich, damit es nicht weiter Schmerzen für dich verursacht. Aber wie gesagt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich sage, also die Gewalt ist ab 16, aber das, was inhaltlich damit transportiert wird, also nach dem Motto Pure Evil wechselt halt auch mal in jemanden, der gar nicht so evil war, fände ich ja einen spannenden Ansatz. Warten wir mal ab, ich bin gespannt. Aber das ist eine der Sachen, da habe ich echt nicht hingefiebert, weil das sind so Sachen, ich meine, eine FSK ist immer anders als in Amerika. wir haben halt noch eine gewisse Differenzierung und gleichzeitig ist so eine 18er-Freigabe ja auch gerade im Genre, das brauchen wir uns glaube ich auch nicht in die Tasche lügen, ist halt auch so ein, in Anführungsstrichen, Gütesiegel, oder? Ja, ja, klar, also man sieht es ja gerade im Heimkino-Bereich, wenn da irgendwie ein Horrorfilm eine Heimkino-Premiere hat und der Film hat eine FSK-16-Freigabe und sie klatschen halt irgendwelche FSK-18-Trader drauf, um die Scheibe FSK-18 machen zu können, das stimmt schon, ja. Ich muss halt sagen, ich bin halt auch gespannt drauf, ich hoffe wirklich, dass der mir wieder besser gefallen wird, ich hätte auch wieder Lust drauf, dass sie die Kills ein bisschen schöner inszenieren, sage ich mal, es gibt ja in Halloween 2018 diesen One-Take, der wirklich schön ist und der wirklich mit einer Gewaltspitze hört halt auf, die ist sehr drastisch, aber davor wird vieler auch nur angedeutet und ich finde, das funktioniert für mich viel besser beim Evozieren von Schrecken und Horror als halt eben dieses Splatterfest, wobei ich auch sagen muss, bei Halloween Ends war auch das Problem, es gibt ja diesen Angriff auf diesen SUV, wo da diese vier Leute drin sitzen, unter anderem die Krankenschwester aus dem allerersten Teil von 78 und das habe ich mir jetzt nochmal angeguckt und ich dachte mir, was macht Michael Myers da eigentlich oben auf dem Dach, der muss doch da oben Breakdance-Verrenkungen vollführen, weil er mal da ist, mal da ist, mal da ist, sowas möchte ich in Halloween Ends nicht mehr haben, ich möchte tatsächlich, dass Halloween Ends sich ernst nimmt und Halloween Kills finde ich, nimmt sich, wenn man genau darauf achtet, nicht wirklich ernst. Größtes Problem für Michael Myers auch das Alter, also ich habe mittlerweile gekauft und das war so am Ende von Halloween Kills dachte ich, es reicht jetzt, also ich weiß, es ist der Mittelteil, deswegen könnt ihr mir noch so oft weismachen, dass der jetzt gleich da am Boden liegt, er wird ja eh aufstehen, also weiß man ja, zumindest, es sei denn, man macht so eine Nummer, Alter, hier ist übrigens Michael Myers unehelicher Sohn, den hat er im Knast gezeugt und der übernimmt jetzt quasi die Machete beziehungsweise das Küchenmesser, Spaß beiseite, deswegen, ich hoffe inständig, dass sie ein bisschen, wie du auch sagtest, zu dem Zurückkehren, also Slow Walking, Andeutungen von Kills, ein bisschen auch spielen mit Jumpscares und nicht einfach so einem voll auf die Wurst einen geben, wie sie es gerade im 18er Halloween doch häufiger gemacht haben. Wobei, wenn du jetzt hier sagst, irgendwie unehelicher Sohn von Michael Myers, kommen wir mal ganz kurz wirklich zu Theorien, weil in der offiziellen Synopsis des Halloween, des dritten Teils kommt ein gewisser, Moment, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, er heißt Corey Cunningham, der ein junger Mann ist, der halt irgendwie einen Tod eines Jungen mitverschuldet hat und jetzt auch in Haddonfield irgendwie so Persona non grata ist, wo man sich schon fragt, okay, also das geht schnell, also da bringt man aus Versehen, sage ich mal, durch einen Unfall jemanden um und ist dann auf derselben Level wie Michael Myers. Interessant, schöne Stadt. Es war ein Versehen. Genau. Ich wirklich, ich wollte nicht die 26 Leute umbringen, sorry. und ich finde es halt sehr seltsam, dass Universal in der offiziellen Synopsis halt diese Figur schon bekannt gibt, also muss sie ja schon irgendwie wichtig sein. Hast du nicht auch, also um da anzuschließen, ich habe wirklich eine große Angst, das ist nämlich, dass, gut, der Darsteller von Michael Myers sagte, es sei die letzte gemeinsame Szene, ich habe große Angst, dass wir so a la Endgame und ein bisschen an der Nase rumgeführt werden, dass der finale Kampf in der ersten Viertelstunde stattfindet. Laurie Strode vielleicht dabei stirbt, aber Michael Myers nicht und dann, so, und so a la Marty Python. Jetzt kommen wir zu was völlig anderem. Hier sind nochmal fünf neue Figuren. Viel Spaß mit denen. Ich grüße an Universal, das ist immerhin das Studio, was ein Franchise wie Jurassic World auf die Menschheit losgelassen hat, wo sie mit jedem Teil so gemacht haben, wo jeder Teil es hieß. So, also ihr habt hier drei etablierte Figuren, also die nehmt ihr, aber jetzt kommen 15, das ist ein bisschen übertrieben, 15 andere hinzu und der Konflikt ist auch ein neuer, also das, was wir im ersten Teil angedeutet haben, ist völlig egal, wir machen jetzt was ganz Neues und das machen wir im zweiten Teil genauso, das machen wir im dritten Teil genauso. Das ist, glaube ich, meine allergrößte Angst, neben viel zu viel Gore und viel zu viel Gewalt als Selbstzweck. Gut, ist ein Slasher, was mache ich mir vor? Aber das wäre so, dass ich wirklich so ein bisschen Augenwischerei betrieben wurde. Ich muss gerade sagen, gerade was so Trailer angeht, waren die oder waren die Legacy Sequels richtig gut, also der Trailer von Teil 1 ist richtig grandios und das, was mir von Halloween Kills am meisten eigentlich in Irrung blieb, ist der grandiose erste Teaser. Let it burn! Sag ich nur, also das war schon ziemlich geil gemacht und ich habe ja den Trailer zu Halloween Ends diesmal aus Recherchegrund auch mal gesehen. Das ist so, ich habe ein bisschen Angst, dass wir nachher im Kino sitzen und das heißt, ja, also, nach einer Viertelstunde ist halt Lori's Show nicht mehr auf der Bildfläche, jetzt hier, viel Spaß mit den Neuen. Das ist Hans, Hans möchte auch umgebracht werden. Tatsächlich, das glaube ich nicht, ich habe eine andere Theorie. Ich habe mir nämlich, auch jetzt kam ja vor ein paar Tagen, glaube ich, der finale Trailer raus, es wurden auch ein paar Bilder veröffentlicht und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt hier offen aussprechen soll oder ob ich damit schon Spoiler, weil wie gesagt, das ist eine Theorie, ich weiß es nicht, wir beide haben den Film noch nicht gesehen und bei uns beginnt die Sichtung ja in knapp vier Stunden erst. Soll ich sagen, meine Theorie, kann ja sein, dass ich mich jetzt komplett in die Nesseln setze und ich total in den Wachsinn rede, aber in dem Trailer ist mir aufgefallen, es scheint zwei Michael Myers zu geben, einen mit einer verbrannten Maske und einen ohne eine verbrannte Maske und wir wissen ja, dass Michael als Kind auch einen Babysitter umgebracht hat oder ein anderes Kind, in dem Fall glaube ich seine Schwester und ihre Freundin umgebracht hat und für mich riecht das so ein bisschen, dass dieser Corey Conningham vielleicht so ein bisschen, ich nenne es mal den Fluch des Michael Myers hat und ich könnte mir vorstellen, dass es Laurie Strode vielleicht mit zwei Maskierten zu tun bekommt. Ja. Das ist ein interessanter Gedanke. Und ich will ehrlich sein, auf der einen Seite denke ich mir, das wäre ja echt scheiße, auf der anderen Seite denke ich mir, das könnte auch verdammt gut werden. Da bin ich echt hin und her gerissen. Wenn es denn stimmt, wie gesagt, wir wissen es nicht. Noch nicht. Das Krasse ist, das habe ich in den Trailer bisher gar nicht gesehen, wenn das erzählerisch gut unterfüttert ist und der Film hat eine Laufzeit von knapp zwei Stunden, könnte das funktionieren für mich. Ja. Ja. Allerdings sind wir beide ja auch große Fans der Screen-Reihe, der Screen, nicht der Scream-Reihe. Screen und Scream-Film, beides super. Beides, genau. Und da haben wir nun in, Spoiler-Alarm für Scream-Franchise, da haben wir nun in vier von fünf Filmen zwei Mörder oder zwei Killer. Deswegen wäre das ein interessanter Ansatz. Ja. Zweite Variante wertig, dass die gute Alison das Ganze nicht gut verkraftet hat und selber sagt, so, bevor ich jetzt weiter gebullied werde, also umgebracht werde, bringe ich das selber um. Ist jetzt keine, ist jetzt eher eine Theorie aus der Hüfte geschossen, aber ich, also nochmal, wenn man das mir erzählerisch gut unterführt hat und bitte nicht mehr so viel rückblenden, wäre ganz wichtig, kaufe ich das. Ja. Also, ich merke gerade, wie ich noch jetzt mich mehr auf den dritten Teil jetzt freue, obwohl, wie gesagt, ich den zweiten nicht so geil fand, aber alleine halt so die Hoffnung, dass man jetzt was sehen wird, was einen vielleicht auch mal überraschen wird, ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei da hingestellt, aber das hat man ja auch nicht so oft mittlerweile. Gerade im Slasher-Genre. Slasher, ja. Vielleicht bis auf Scream oder die Scream-Reihe, die wir, wie ich finde, zu Recht hier ein bisschen sehr abfeiern, Überraschung gibt es da ja sehr selten. Also Überraschung war, glaube ich, bei Halloween-Kills vor allen Dingen das erzählerische Ungleichgewicht zwischen Evil Dice Tonight und dem Mob und gleichzeitig diesem, ja, okay, also das ist jetzt alles, was du mir als Mittelteil lieferst, sowas, das erzählerische Agile, du bist, also man kann dir so anmerken, dass du ein Brückenteil bist, dass du mich nicht vergessen lassen kannst, dass du ein Brückenteil bist und natürlich diesen, diesen harten Kills. Wenn das heute mit einem, fünf Jahre später Blip-Text anfängt und das, wie gesagt, mir Spaß bereitet, dass ich nicht nur denke, oh Gott, wann kommt der nächste Kill und ich will nicht hinsehen, sondern wirklich, ich mitfiebere, mit Figuren, meinetwegen auch mit zwei, drei neuen Figuren. You're welcome, dann gerne. Ansonsten befürchte ich, dass sie eventuell es übertreiben könnten mit, und vor allen Dingen mit der Hintertür. Ich meine, das ist, also die Hintertür aus Teil 1 existierte nicht. Ich meine, das Haus kann einfach abbrennen. Das ist da, die Polizei hat da in diesem Film so oft, also diese Suspension of Disbelief, die hat da so oft so lange gebraucht, um zu Ort von A zu B zu kommen. Aber die Feuerwehr ist so viel schneller, hm, und dann lassen sie einfach dieses Haus nicht runterbrennen. Also es ist ein Anruf, dass alle sagen, da ist ein Serienkiller drin und den haben wir bisher mit Kugeln, mit Macheten, mit sonst was nicht umbringen können. Lass den Wichs, Entschuldigung, lass diesen Menschen einfach verbrennen. Diesen Menschen, in Anführungsstrichen. Bitte, bitte nicht wieder irgendwelche Hintertürchen mit, okay, Michael Myers ist doch nicht tot und zuckt doch noch oder sowas. Das wäre so. Ich brauche heute auch einen befriedigenden Abschluss dieser Reihe. Pass auf, ich finde auch, wir sollten jetzt lange mal hier mal den Deckel-Drop machen auf unsere Vorgespräche. Ich habe aber noch eine Frage und zwar ist es eine Szene im Halloween Kills, die ich nicht verstehe, ich verstehe sie schon, aber ich finde sie absolut sinnlos und zwar gibt es im ersten Teil von 2018 diesen Kill, wo dieser, ich sag mal etwas pummelige Jugendliche auf diesem Zaun von Michael Myers getötet wird. Und in Halloween Kills sehen wir dann seine Leiche im Leichenschauhaus oder im Krankenhaus und die Reaktion seiner Mutter. Und ich frage mich, warum? Weil es nichts bringt. Also es macht nur deutlich, okay, der Junge ist tot und da ist jemand, der leidet und trauert. Das ist mir aber auch vorher klar gewesen. Ich dachte irgendwie, dass sie das noch nutzen werden, aber irgendwie war das, also es wirkte auf mich wie so eine Idee, die sie während des Schreibprozesses haben und dann vergessen haben, aus dem Drehbuch zu schreiben und dann kam halt der Tag, wo der Dreh anstand und dann gesagt hat, komm, lass mal machen, was soll's. Das kann der eine, ein Grund sein, dass sie wirklich das vergessen haben, rauszuschneiden und somit ein bisschen Laufzeit finden wollten. Ich könnte mir tatsächlich aber auch vorstellen, dass wir, wir haben glaube ich schon sehr, sehr häufig die inhaltliche Dünne des zweiten Teils kritisiert. Ich glaube tatsächlich, dass sie das, dass noch was in den Ring reingeworfen haben. Ob sie da was mit Teil 3, was mit anstellen, weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie zum ersten Mal auch so eine Facette zeigen, das sind halt nicht nur Jugendliche, die draufgegangen sind und wir als Kinopublikum, als Eventis, die dann vielleicht so einen Film, so einen Slasher-Film schauen, da johlen und grölen, so ja geil, abgestochen worden und uns mal zeigen, so, aber das hat auch Impact auf Familien, aber da muss man halt was damit machen und das haben sie in dem Fall nicht gemacht. Und ob sie was in Teil 3 damit anstellen, dann würden sie, wie ich finde, wieder denselben Fehler machen wie bei Teil 2 oder bei Halloween Kills. Kann sich nicht immer drauf verlassen, dass die Leute einen Tag vor, vorm Kino den ersten und zweiten Teil sich nochmal angucken. Also finde ich zumindest. Ja, aber vor allem jetzt nach Halloween Kills, ich meine, der Halloween Ends spielt halt vier Jahre später, ich meine, jetzt hat Haddonfield wirklich Gründe zu trauern und traumatisiert zu sein. Absolut. Ich meine, der hat ja quasi drei Viertel der Stadt ausgeräuchert oder gekillt in dem Teil, ne, an dem zweiten. Ja, absolut. Also ich will jetzt Haddonfield auch wirklich ganz, ganz, am besten ganz viele Leute sehen, die immer noch wegziehen und es muss eigentlich fast ein Menschen leer sein und dann kommt es halt zu einem großen Western-Show da und zwischen Laurie und Michael und Go-Lauries. Und wenn das nicht wird, dann kauft sich einfach John Wick dein Grundstück, ja, weil die Grundstückspires in Haddonfield müssten relativ günstig sein. Absolut. Und dann gibt es so. Das ist so wie Hilldale in Zurück in die Zukunft oder heißt das Hilldale? Ah, hier, guck mal, hier wohnen wir. Ja, ist super toll, ist aber voll Ghetto nachher, irgendwann weißt du noch nicht. Gut, wir machen jetzt die, das haben wir schon mal vor ein paar Wochen, habe ich das bei einem Podcast gemacht. Wir machen jetzt einfach ein, wir machen jetzt Back to the Future, wir machen jetzt einen Zeitsprung, machen hier einen kleinen Cut, sagen an dieser Stelle kurzes Danke für die Aufmerksamkeit. Jo, ich möchte noch, ich möchte noch ein Große schicken an den Zukunftsthimo und den Zukunftstuh, vom jetzigen Gegenwartstuh. Ich hoffe, ihr verkackt es nicht. Und lass die Finger von zu viel Pop kommen. Ja. Das wäre noch wichtig. Das ist nicht gut für eure Mägen. Ja. So. In dem Sinne, bis gleich. Bis gleich. Und wir sind zurück und bevor wir jetzt mal ins Eingemachte gehen oder wie Timo sagen würde, in Medias Res gehen, sage ich vielen Dank an Vergangenheitsthimo und Vergangenheits-Doo. Habt ihr gut gemacht, finde ich. Könnte noch besser, aber das kann man ja immer sagen. Mit der Zeit werden sie besser, gehe ich stark von aus. Ich meine, wir sind der beste Beweis dafür. Ja, Absolut. Für unsere Zuhörer sind jetzt gerade mal so fünf bis zehn Sekunden vergangen. Für uns aber ein paar Stunden. Es ist der nächste Tag. Wir haben Halloween Ends gesehen. Wir waren im Kino und ähm... Ja, also vielleicht sollten wir erst mal, wer jetzt wirklich ganz, ganz sensibel ist, was Spoiler angeht und gar nichts hören mag. Wir werden natürlich die Synopsis ein bisschen behandeln und versuchen ein bisschen, ohne große Story-Entwicklung zu erzählen, ein bisschen unsere Meinungen und Einschätzungen abzugeben. Aber wer jetzt gar nichts vorher wissen will, außer vielleicht der offiziellen Synopsis, der sollte am besten jetzt nochmal kurz pausieren, Auto an den Rand fahren, Kinokarte buchen, ins Kino gehen und danach uns weiterhören natürlich. Also unbedingt. Wer damit wenig Probleme hat und einfach nur große Story-Entwicklung nicht hören will, da werden wir dann im Laufe des Casts nach unseren Fazits nochmal eine extra Spoiler-Warnung rausgeben, wo wir dann wirklich ganz, ganz offen alles breittreten können, was uns auf der Seele liegt. Timo, willst du dann vielleicht mal kurz die Synopsis preisgeben? Gerne auch paraphrasiert, wie du willst. Ja, sehr schön. Ich werde übrigens heute sehr getrollt, wie ihr merkt. Ich wurde schon im Vorgespräch und ich sagte auch paraphrasiert. Also es ist schon mal eine gute Grundstimmung. In der Kabine, wenn man sagt, es ist eine gute Grundaggressivität, heute ist die Zweikämpfe werden angenommen. Also, vier Jahre sind seit Halloween-Kills vergangen und auch in der Handlung vergangen. Laurie Strode lebt inzwischen mit ihrer Enkelin Alison zusammen und schreibt an ihren Memoiren überraschenderweise. Der Psycho-Serienkiller Michael Meis ist seitdem wirklich nicht mehr gesehen worden. Das ist für Laurie tatsächlich Grund genug, sich ein bisschen von diesem Schrecken los zu sagen, in der Realität anzukommen und ja, der Angst und dieser Wut ein bisschen in den Rücken zu kehren und ihr Leben, ich sag nicht zu genießen, sondern ihr Leben auch ein bisschen aufzuräumen. Und dann ergibt es eine Entwicklung, dass ein Babysitter, der junge Mann heißt Corey, der wird beschuldigt, einen kleinen Jungen ermordet zu haben und das entfacht dann tatsächlich wieder eine Welle der Gewalt und des Terrors und sie zwingt tatsächlich Laurie auch dazu, noch einmal sich ihren Ängsten und dem Bösen zu stellen und es eventuell endgültig aus der Welt zu entfernen. Vielen Dank. Ich finde diese Bezeichnung Welle von Gewalt und Terror, das steht ja auch wirklich so in der offiziellen Synopsis von Universal und wenn man sich den Filmen anguckt, weil wir haben ja schon im Vorgespräch drüber geredet oder so prognostiziert, so ist der denn wirklich genauso brutal wie Halloween Kills und ich glaube, da könnten wir uns einig sein, nein, ist er nicht. Ja, also ich würde auch diese Frage, sind die Kills auf Kills-Level ja, so durchaus vom Gore-Faktor, aber weniger sadistisch, es wird, finde ich, nicht so drauf gehalten. Es gibt auch weniger, wenn man das jetzt sagen darf. Ja, ich glaube, das darf man sagen. Und dementsprechend ist es dann von der von der Masse und auch von der Explizität, Explizität, von der, von der, wie heißt das Fremdwort, nicht Fremdwort, von der, von der, von den Schauwerten, von der Gore-Lastigkeit ein bisschen reduzierter, aber keine, keine weiche FSK 18, sondern, wie ich finde, schon well deserved, gerade für die Kids, da sollte man tatsächlich so das ein oder andere grafische und auch inhaltliche ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also für mich bezieht es sich auf zwei Szenen, warum der die A18er hat, einmal gleich zu Beginn, ich sage nur, Gewalt gegen Kinder und das andere dürfte eine Szene sein, in der, ja, Michael Myers einen Radio-DJ zum Schweigen bringt. Das, oh ja, das sind, glaube ich, so die zwei Kills, die auch wirklich herausstechen. Ansonsten ist der wirklich, ich sage mal, zahmer als der zweite und was ich schön finde, jetzt rückblickend ist, jeder Teil dieser Legacy-Trilogie ist anders. Also, ich habe es so beschrieben in meiner Kritik bei Movie Break, dass der erste Teil wirkte wie so ein Tribute-Konzert, der zweite Teil ist so Heavy Metal Moshpit und ich fand, den dritten Teil hatte für mich jetzt das wie so ein kleines, fast schon intimes Club-Konzert. Ja, witzigerweise wäre das Club-Konzert aber dann in der Analogie vor drei Leuten hätte es stattgefunden, denn so sehr man sich mit der Titel-Einblendung dann auch zwischendurch, dass jetzt Halloween Nacht ist und der 31. Oktober ist, es scheint in Haddonfield nicht so wahnsinnig viel Halloween zu sein. Also, das ist schon so intim das auch ist, so diese klassischen Tropen aus der Halloween-Reihe, dass halt Kinder auf Trick-or-Treat-Tour sind, habe ich so ein bisschen vermisst, so wirkte es für mich doch ein wenig austauschbar. Also, wenn wir jetzt einen Starttermin im August gehabt, hätten wir ja auch gesagt, ah, es ist Halloween, okay, wusste ich nicht, außer auf der Titel-Einblendung. Ja, stimmt schon, also es gibt dieses, ich sag mal Trick-or-Treater gibt es jetzt nicht, es gibt halt überall so ein bisschen Halloween-Dekoration, ich für meinen Teil muss aber sagen, ich habe das nicht vermisst, also das, das weiß man nicht, das ist mir auch gar nicht jetzt aufgefallen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Es macht halt so ein bisschen den Charme oder das Flair dieser Halloween-Reihe eigentlich aus, dass man so natürlich sagt, so es ist jetzt Halloween-Nacht und die Kinder gehen rum und auch so eine gewisse, ja so eine gewisse Unsicherheit schafft, ob es auch mal vielleicht einen dieser Trick-or-Treater erwischt und das fehlt hier finde ich komplett, weil du natürlich, du nennst es intim, weil natürlich der erzählerische Fokus auf was ganz anderem liegt als auf dem, was man vielleicht auf den ersten Blick vermuten könnte und so ist diese Intimität sicherlich der, sagen wir mal so, die positive Konnotation davon, wenn man es ein bisschen negativ betrachtet, fragt man sich, wo ist jetzt eigentlich das Franchise endgültig angekommen, man hat sich ja diese unheimliche Zeitstraffung in Teil 1 und 2, die ja quasi in ein oder derselben Nacht spielen, hat man sich jetzt auf mehrere Tage doch auch wieder ausgedehnt und dann diesen Zeitsprung gemacht und damit hatte ich so, ich gehe schon mal so rein in dem, was ich so an Gedanken habe, also ich finde ähnlich wie andere Franchises von Universal hat dieser Film ein Problem, weil er die interessanteren Aspekte, die macht er in einer kurzen, wir nehmen jetzt mal alle Zuschauer mit, die vielleicht Teil 1 und 2 vergessen haben sollten oder sie vielleicht tatsächlich nicht gesehen haben und sich warum auch immer dann im dritten Teil einer Trilogie verirren, die nehmen wir mal kurz mit und da schlummern für mich wirklich erzählerische Potenziale, Trauerbewältigung, wie gehen Großmutter und Enkelin mit dem Verlust von Tochter, Mutter, Vater, Schwiegersohn um mit diesem Trauma, was das hinterlassen hat und das, da kümmert sich der Film quasi gar nicht drum, der behauptet das dann und sagt, ja die sind alle irgendwie, haben sich entwickelt und deal with it und damit hatte ich echt, da hatte ich das Gefühl, Mensch, also wenn man Potenziale nicht sieht oder nicht nutzen möchte, ja das ist natürlich eine künstlerische Entscheidung, aber dann noch bitte nicht so. Also ich kann den Kritikpunkt nachvollziehen, gerade was mir auch aufgefallen ist, dafür, dass irgendwie vor vier Jahren Michael Myers gefühlt 50 Leute in einer Nacht abgeschlachtet hat, ist es schon seltsam, wie egal den meisten Leuten das dann ist mit der beiden Haddonfield, also eigentlich müsste das Städtchen ja wirklich komplett verwaist sein, weil er ist ja wirklich, ich sag mal geflohen, sie wissen nicht wo er ist, sie haben keine Leiche von ihm gefunden etc. pp, das heißt, eigentlich müsste da echt immer noch Alarm sein, gerade um Halloween rum, aber es ist ja dann so, dass zu Beginn, wie die Synopsis schon verrät, dass ja ein, ein, es einen Tod gibt, der nichts mit Michael Myers zu tun hat und der wird dann genommen quasi und das ist jetzt der neue heiße Scheißen Handfield, so nach dem Motto, wir wissen nicht wo Michael Myers ist und wir ersetzen das eine Übel mit einem etwas kleineren Übel, aber das kleinere Übel, da wissen wir genau, was los ist, da wissen wir es ist, wir können mit dem Finger auf ihn zeigen. Fand ich einen interessanten Ansatz, auch das hätte man weiter ausarbeiten können oder vielleicht sogar müssen, aber ich bleib dabei, ich fand es wirklich schön, dass der Film konsequent sich wirklich nur im Prinzip um vier Figuren schört, nämlich Laurie, diesen Babysitter da, diesen Corey, die Alison, Laurie's Enkelin und ich sag mal Michael Myers so ein bisschen und vor eins vorweg, der Film, der macht Sachen, da dachte ich auch, ich saß im Kino und dachte, das ist doch gerade sowas von Absucht, das ist doch, was soll das, aber andererseits, er hat mich dadurch auch echt teilweise auch positiv überrascht, denn ich habe sowas nicht erwartet. Ich finde Halloween Kills ist kein 0815 Slasher. Man kann darüber bestimmt streiten und darüber wird sich auch gestritten werden in den nächsten Tagen. Passt das überhaupt zum Franchise? Aber ich für meinen Teil war zum einen wirklich gut unterhalten, was ich da gesehen habe und zum anderen dachte ich, okay, ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm, was die da machen. Die spielen auch ein bisschen unserer Erwartung und ich hatte damit wirklich meinen Spaß. Ja, ich finde, wenn du dieses Rian Johnson Game machst und so Erwartungen versuchst zu unterwandern, musst du es aber gut machen und das finde ich, tun sie hier leider nicht, weil sie so ein paar Dinge, unter anderem mit dieser, wie wir ja, übrigens, Glückwunsch an den Vergangenheit, weißt du, wie wir erahnt haben, dass diese neue Figur Corridor einen sehr, sehr großen präsenten Platz in der Handlung hat, der kommt bei mir halt leider gar nicht an, weil das alles viel zu schnell geht. Wir haben da so eine Einführung im ersten Akt, die ist, dann gibt es so ein paar Entwicklungen und die sind für mich wirklich, weil auch da wieder ausgeblendet wird, was man hätte erzählen müssen für mich, was interessanter ist. Also, um eine Entwicklung einer Figur nachzuvollziehen, finde ich es wichtig, also man muss nicht alles erklären, Grüße an Christopher Nolan, aber man muss zumindest dem Zuschauer ein bisschen was an die Hand geben, um Entwicklung nachvollziehen zu können und das fehlt mir bei der Figur Corridor, weil die für mich überhaupt nicht schlüssig wirkt. Es muss ja einen Prozess gegeben haben um diesen Corridor, wie normalerweise, wenn man eine Tat begeht, dann kommt man ja zumindest, kommt man zumindest in U-Haft, was hat das mit dem Jungen gemacht? Mir ist nicht ganz klar, wie alt er sein soll. 21. Es vergehen ja zwischen, bitte? Er ist in Halloween Ends, wird einmal gesagt, er ist jetzt 21. Guck mal, dann war er also bei der... 21, als er am Anfang, das im Prolog war, 21, also müsste er jetzt 25 sein, sorry. Übrigens auch, also, vorsichtig, ohne jetzt irgendwie Gender-Sachen anhängen zu wollen, aber einen männlichen Babysitter ist noch immer relativ ungewöhnlich, aber gut, egal, kauf ich. aber was war mit dem Prozess und das Wichtigste eigentlich, also, das ist ja kein Spoiler, weil in der Synopsis ja zu lesen ist, dass er beschuldigt wird, einen kleinen Jungen ermordet zu haben. How the fuck konnte der denn freigesprochen werden? Also, der Film... Ja, aber ich finde, wenn du da, finde schon, also, du siehst ja zum Beispiel diese Fußspuren an der Tür und so, also, ich finde schon, dass man das erklären kann, was da passiert ist. Natürlich sieht das alles im Film relativ dumm aus und es muss doch sagen, es ist schon ein bisschen zynisch, was da passiert, aber doch, das kann ich nachvollziehen, das hat mich nicht gestört. Also, ich finde, das kann man schon erklärt. Ich habe das nicht gekauft. Ich konnte das wirklich nicht kaufen, also, Grüße an Wortwitze mit Don't fuck with names, aber Mike Myers, Austin Powers, ehrlich, das ist nicht meine, diese Vibes hatte ich, als ich das sah, weil ich dachte, okay, das sieht jetzt natürlich schon sehr, sehr döschig aus, aber wenn jetzt ein Polizist kommt und ein Staatsanwalt und diese Geschichte so hört, da kommen halt Beteiligte rein und sehen das, was sie gesehen haben und haben ja auch was gehört. Das kann, meiner Meinung nach, wenn, natürlich dieser berühmte Freispruch aus, in zweiter Klasse aus Mangel an Beweisen, aber, boah, die Beweislast, ich könnte mir doch schon eine schlüssige Kausalkette zusammenbauen, warum dieser Corey vielleicht doch diesen Jungen nicht pahlässig getötet hat, sondern ermordet hat. Also, das, was mich dann mehr gestört hat, gestört ist jetzt auch das falsche Wort, ist halt, dass er dann trotz allem noch ein Heddenfeld ist. Ne? Ähm, ja. Das hat mich mehr gestört, ich muss sagen, ich fand zum einen, fand ich ihn gut gespielt, dieser Rohan Kemp, der heißt der Darsteller, der hatte für mich eine sehr schöne Präsenz, ich, das war eine Figur, die auch später so ein bisschen mit Alison anwandelt, also Laurie Stross' Enkel und ich fand, ja, die Dialoge waren echt ein bisschen hölzern, aber irgendwie habe ich da schon eine gewisse Chemie gespürt und wollte auch, dass es für ihn gut oder für sie gut ausgeht, aber wir sind hier in einem Horrorfilm, so wie gesagt, schon mal vorhin verraten, das heißt, da kommen ein paar Hürden auf sie zu und diese Erklärung, ich brauche das irgendwie bei Halloween nicht, weil Halloween ja auch immer dadurch gelebt hat, dass du nie wirklich wusstest, ich meine, es wurde ja auch nie erklärt, woher Michael Myers kommt, und das ist, glaube ich, auch so eine Krux, die auch viele dem Film ankreiden werden, was ich auch komplett verstehen kann, ich fand es nicht störend, es wird ja immer so ein bisschen versucht zu erklären, vielleicht so, woher kommt das, was passiert da gerade, aber es wird nie komplett ausformuliert, es wirkt immer auf mich so ein bisschen, als ob dir jemand diese Karotte vor die Nase hält, so, komm, greif zu, wenn du sie bekommst, dann weißt du endlich, was hier eigentlich Phase ist, und du versuchst sie irgendwie zu erreichen, aber es wird immer wieder so weggezogen, und ich kann verstehen, dass einem das nervt, ich fand es aber eher fasziniert, vielleicht stehe ich auch so ein bisschen auf, vielleicht bin ich so ein kleiner Masochist. Ne, also natürlich ist die, der Versuch, die Herkunft des Bösen zu ergründen, zu erklären, steht es entweder zum Scheitern verurteilt, oder du verirrst dich halt in so Glückskeksphilosophien, also so in so Westentaschenphilosophien, das macht der Film sicherlich auch an der anderen Stelle, aber es war nicht mein größtes Problem damit, weil das ist schon okay, weil das natürlich auch in diesem Setting, dass Laurie Strode da sitzt und an ihren Memoiren sitzt und einfach auch nochmal das Leben Revue passieren lässt, ist das okay. Was dann finde ich, das Franchise an sich, was ihm so ein bisschen endgültig hier in Ends, finde ich, das Genick bringt, ist halt die, 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 die Timeline, also wo befinden wir uns denn eigentlich, denn der, der spielt schon sehr damit, dass wir als ZuschauerInnen wissen, es gibt insgesamt 12 und 30 Teile und es gibt diverse Attacken an diversen Stellen, also alles, was halt in 4, 5, 6, 7 und 8 passiert, ist eigentlich ja nicht mehr da, aber eigentlich ja doch, weil wenn Laurie Strode auch gerade in Halloween 2018 sagt, Mensch, ich hab mich jahrelang darauf vorbereitet, dass er wieder rauskommt, fragt man sich ja schon, ja, aber der hat doch nur 4 Leute umgebracht, also nicht böse gemeint und Thoughts and Prayers für die Angehörigen in der fiktiven Filmwelt, aber es ist ja gar nicht so böse dargestellt worden in Halloween, im Original von Carpenter und so ist das für mich so, gib mir mehr an die Hand, was so in dieser Zeit passiert ist, das brauche ich dann tatsächlich schon noch, also wie gesagt, ich gehe nochmal zurück auf die Figur Corey, ich bräuchte da um die Entwicklung und da gibt es ja eine, wie ich finde, das ist dann schon wirklich hart an der Lächerlichkeit, gibt es eine Szene, die mir quasi vermitteln soll, was mit dieser Kur in der, äh mit dieser Figur, nicht mit dieser Kur, was mit dieser Figur in der Folge passiert und wie das und warum das vielleicht passiert und das habe ich halt 0,0 gekauft. Den, den Ansatz, der dahinter schlummert, den fand ich okay, den hatten, äh, einige ja auch, äh, vielleicht erahnt und natürlich ist es für Puristen und für, für, für Gralswächter des Halloween-Franchises ist es natürlich Frevel, aber das war noch mein, ich würde sagen, geringstes Problem. Ja, also, ich kann, bin so eine Platte sich wiederholt, aber ich kann diese Kritikpunkte alle nachvollziehen, aber bei mir haben sie nicht diese, dieses Gewicht, sag ich mal. Ich war dann wirklich mehr davon auch überrascht, wie gut der Film mich überrascht hat und auch wie eigensinnig der ist. Also, mir war wirklich, mir war wirklich klar, als ich aus der, aus der, aus dem Kino rauskam, ähm, das, der wird spalten, der wird vermutlich jetzt auch erstmal wirklich ordentlich viel, äh, Negativität abbekommen, ähm, und, äh, wird, glaube ich, auch immer so ein bisschen als Stiefkid bezeichnet. Wo ich halt meine Probleme habe, ist, wenn Leute jetzt schon irgendwie rumschreiend sagen, das ist der Film, der Halloween Resurrection gut erscheinen lässt, da, finde ich, da sollte man die Kirche mal im Dorf lassen, denn, ich finde den Film, äh, der hat einfach eine, wie soll ich sagen, der hat eine schöne Außenwirkung irgendwie. Also mir gefiel alleine schon, äh, wie er aufgemacht ist, äh, mit dieser, mit dieser Schriftart, die sehr deutlich an die 80er, 90er Jahre Halloween angelehnt ist. Es sind ein paar Sachen drin, äh, die sie tatsächlich aus, äh, glaube ich, Halloween 4 oder 5 entnommen haben, äh, was ich irgendwie auch ganz, ganz, ganz nett finde. Und es tut mir irgendwie ein bisschen leid jetzt, weil, weil der Film jetzt echt viel Hass abbekommt, ähm, und wie gesagt, ich kann die, die negativen schon mal irgendwie verstehen, nur ich bin halt leider das Team, was sagt so, ich, ich konnte damit connecten, wie es so schön heißt. Du, das ist ja auch gar nicht schlimm, weil das ist ja auch, also der Film hat ja ein, zwei Momente und Stärken, die man durchaus, und Ansätze, die man durchaus gut finden kann und wo man durchaus was mit anfangen kann und wir dürfen nicht vergessen, das ist ja das ewige Thema der Rezeption, es gibt ja nur Schwarz und Weiß mittlerweile, also, und um ein bisschen aus dieser Film-Rezeptions-Bubble herauszustechen, musst du ja teilweise schon sehr, sehr pointiert formulieren. Ich sag nur, diese berühmten einen Satz-Letterbox-Kritiken in Anführungsstrichen, da bist du natürlich sehr schnell dabei, um was rauszuhauen, aber gleichwohl kann ich diese quasi 111 Minuten, um Halloween-Resurrections gut aussehen zu lassen, Kritiken, ich kann das nachvollziehen, weil mir ging es komplett anders mit diesen Titel-Einblendungen beispielsweise. Ich dachte, Mensch, also, Trilogie heißt für mich auch in Zeiten von Star Wars Episode 7, 8, 9 und im Zeitalter von Reboot-Quels und Sequels und Legacy-Sequels und Requels heißt das für mich, aber wenn ich dann konsequent das durchziehen möchte, hätte ich es selber gerne einheitlich. Und das, finde ich, hat diesem Film total gefehlt. Na klar, diese Retrowelle hat man schon so ein bisschen das Gefühl, hat von uns allen so ein bisschen zu viel Shit abbekommen, als dass wir das noch alles kaufen. Aber ich fand gerade bei Halloween 18, Halloween 18, finde ich, sieht herausragend gut fotografiert aus. Halloween Kills sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Das ist eine der kleinen und wenigen Stärken von Halloween Kills. Und jetzt, finde ich, hat man das Gefühl, ich sehe, und das ist halt mein Problem mit dem Film, wenn es um Look and Fear geht, du hast, ich habe das Gefühl, ich sehe einen, wie von dir auch richtig gesagt, ich sehe so einen 0815 80er-Jahres-Lasher. Der hat diese eher palpigen Titel-Einblendungen, der hat für mich auch 0,0 dieses Halloween-Gefühl transportiert über das Thema von John Carpenter, denn das kommt hier natürlich, es wird hier fast permanent durchgenudelt und jedes Mal denkst du, dachte ich zumindest, das kriegt mich nicht. Sonst kriegt mich dieses Halloween-Thema immer. Und das kriegt mich in diesem Film so wahnsinnig gar nicht. Und das ist eben das Interessante, weil genau das, was du da mängelst, fand ich großartig. Ich fand das so toll, dass der sich halt vom Look und Feel so wirklich auch abhebt. und ich freue mich tatsächlich irgendwann mal in ein, zwei Jahren, wenn ich mich Lust packt, wirklich mal diese vier Filme, also auch den Original von 78, mal so kurz ineinander zu gucken. Ich glaube, dann wird das richtig interessant werden, weil das ist dann echt wie, wie heißt das schon, ein Clusterfuck, aber ich mag sowas manchmal ganz gerne. Und ich saß da wirklich in der Presseverführung und dieser Vorspann kommt, dieser komischen, bläulichen Schriftart und dann dieses, wie ich fand, wirklich diese Opening Credits mit diesen Morphing-Kürbissen und dachte, das gefällt mir gerade richtig gut, das gefällt mir super. Also ich mochte wirklich den sogenannten Look and Feel von Halloween Ends wirklich verdammt gerne. Ja, ist krass, weil ich finde, da muss man immer aufpassen, dass man sein Franchise und das ist ja nun irgendwie, ich glaube, David Gordon Green und auch Danny McBride haben ja sehr häufig gesagt, wie sehr sie das Original lieben und wie sie dem huldigen wollen. Und du kannst natürlich nicht drei Filme lang nur einem Original huldigen und erzählst halt in Anführungsstrichen nichts Neues. Klammer auf, im Slasher-Genre eh schwierig, was komplett Neues zu erzählen. Aber wenn du dann, finde ich, diesen Pfad so verlässt, weil du das Gefühl hast, du musst was Neues machen und das ist das schon, was sich mir hier aufdrängt, finde ich, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass wir da keine Stringenz haben. Nehmen wir als Beispiel, es ist fast ein Wettbewerb geworden zwischen uns beiden Everything, Everywhere, All at Once oder Top Gun in Maverick in einen Cast reinzubringen. Haben wir übrigens im ersten Teil schon gemacht, das Gefühl, in den ersten zehn Minuten verarscht sich der Film gerade selbst. Und dann nimmt er diesen Ausweg und sagt, nee, okay, wir machen das trotzdem, das ist eine wahnsinnige Hommage, etc. pp. Das macht Halloween Ends am Anfang finde ich auch, aber verlässt das nie. Ich habe wirklich am Ende das Gefühl, dass sich Figuren so ein bisschen als Parodie ihrer selbst anfühlen. Und da nehmen wir The Shape, Michael Myers, nehme ich da tatsächlich auch mit rein. Aber ich muss halt sagen, ich finde durchaus, dass diese Phytologie eine Stringenz hat, denn die Stringenz ist für mich halt die Veränderung. Denn schon Halloween Kills, den ich ja jetzt vor ein paar Tagen jetzt nochmal geguckt habe, der fühlt sich auch nicht mehr so richtig an wie ein Halloween-Film. Alleine halt eben, was die Kills angeht, das ist halt wirklich, wir haben es ja schon im Vergangenheits-Doo und Vergangenheitstimo und die Jungs, wie gesagt, gut gearbeitet haben. Der ist halt auch komplett anders. Ich sah noch ein bisschen jünger aus übrigens, habe ich das gesagt. Ja, wirklich, gerade beim Timo merkt man das ja deutlich, aber okay. Weil der ist halt auch komplett anders, weil der ist so explizit und so brutal und so gerade heraus und der erste Halloween war ja fast schon dann noch subtiler. Ich finde tatsächlich, dass es nicht erst Halloween Ends so diese Drehung gemacht hat in Look & Feel, sondern das hat auch schon Halloween, ich muss auch was sagen, Kills, ich komme mit den Titeln immer durcheinander, das ist furchtbar gemacht. Ja, mag aus deiner Sicht so sich anfühlen. Und ich habe recht, so, Punkt, Fazit. Abbinden fertig. Ich sag mal, also das ist mein Problem mit, und das ist natürlich extrem nitpicky, weil das ist eigentlich das falsche Genre, um erzählerische Tiefgründigkeiten, ich sag nicht erwarten, aber zumindest dann mir was zu erzählen, was sich in irgendeiner Form auch, was mich neugierig macht oder was mich, was ich interessant finde und man kann über diesen Ansatz aus Halloween Kills mit dem Mob, der Evil Dice Tonight skandiert und dann den falschen in Anführungsstrichen erfischt, da kann man jetzt halten, was man will. Ich habe die beiden Filme ja auch kurz vor der Presseverführung nochmal gerewatcht, also wirklich glaube ich am Tag oder zwei Tage vorher und den einen habe ich am Tag nochmal im Zug zu Ende gesehen, fällt mir gerade auf. Kein besseren Otto-Filme. Ja, super, also wie großes Godzilla, zwei Finger breit. Und deswegen dachte ich, gut, du möchtest mir, also ja, du hast ja auch in Kills ein paar Figuren halt reingezwungen, die natürlich alle abgemurkst wurden, aber das macht doch mir diese Stadt irgendwie neugierig. Kurzer Mini-Spoiler, wir müssen leider einen Kill von Halloween Kills abziehen. Danke. Kurzer Moment, ich muss mal überlegen. Klar, kleiner Mini-Spoiler. Es kommt raus, dass eine der Opfer hat überlebt. Deswegen, einen Kill weniger. Ein bisschen abziehen, so ein bisschen wie bei Dalli Dalli. Und ja auch nur, um einen erzählerischen, billigen Weg zu gehen, nämlich um, ja, das darf man glaube ich sagen, um Laurie doch wieder irgendwie reinzuholen in diese, das ist ja auch mit deinen Fehler, deine Schuld gewesen und das ist halt, finde ich, das Hanebüchen. Also da kann ich überhaupt nichts machen. Was ich ja wirklich lustig fand, obwohl es eigentlich, das ist wirklich auch ein Schwachpunkt für mich, ist so, weißt du, Laurie Short erlebt, wie drei Leute umgebracht werden und wird angegriffen vor 40 Jahren, hat das Traum ihres Lebens und wird zu Rambo, ja. Dann irgendwie erlebt, wie irgendwie 50 Leute abmassakiert werden, denkt sich so, ja okay, komm, das packe ich schon, ich habe mein Leben jetzt wie im Griff. Tochter und Schwiegersohn übrigens dabei, ein Freund, oder Freund, fast Ex-Freund der Tochter, äh, der Enkelin dabei, viele, in Anführungsstrichen, bekannte Gesichter aus der Stadt, der Sheriff, den sie auch von damals kennt und blabablob, mit dem sie ja noch in Kills diese Diskussion hat, das sei seine Schuld, dass Michael noch lebt und so weiter. Ja, das ist schon wirklich, also da habe ich auch so ein bisschen die Frage, ob so überhaupt diese beiden Figuren, auch Alison, ob das so runde Figurenbögen sind innerhalb der Trilogie und da muss ich halt für mich die Antwort finden, das ist leider nicht der Fall. Also, das wollte ich vorhin noch sagen bei Corey und Alison, das ist halt so ein Problem, das, wie vermittle ich kurz, in weniger, in wenig Zeit, weil ich noch was anderes erzählen will und noch was anderes zeigen möchte, wie vermittle ich trotzdem, dass so zwei Figuren aneinander was finden könnten und bei Corey ist ziemlich klar, was, was er an Alison finden kann, ich meine, das ist eine hübsche Frau und die hat so dieses therapeutische in sich und auch dieses Helfer-Syndrom, nicht um, ansonsten wird sie ja Krankenschwester in diesem Film oder ist die Krankenschwester, aber bei Alison ist es halt so ein billiger Trick, dass sie einmal so die Unterlippe zwischen die Zähne macht, als sie ihn ansieht, also so ein lüsterndes, hm, lecker Fleisch, war zumindest mein Eindruck und da dachte ich so, nee, sorry, das ist, nee, also mir ist völlig klar, dass man jetzt als jemand, der so wie sie auch viel erlebt hat, vielleicht nicht das unbedingte, äh, nicht auf Männerjagd jedes Wochenende geht, gerade nicht in, in, in Haddonfield, aber, come on, also jetzt mal ganz ehrlich, der ist jetzt auch nicht Brad Pitt und, äh, da muss man nicht gleich seinen Unterbüchschen, äh, loswerden, weil jetzt da so ein Dude mit einer auch wirklich sehr, sehr nerdigen Brille und Wuschelhaaren ankommt und einen traurigen Dackelblick hat. Ich fand den süß, sorry. stehe ich zu. Ich fand den wirklich, das war so der Typ, so Verlierer, obwohl, ja, weißt du, so, so, wir casten einen, einen Verlierertypen, der aber eigentlich aussieht wie Gewinnertyp, aber dadurch wird er irgendwie charmant. Also das hat bei mir tatsächlich geklappt und was ich, was ich auch schön fand, ist, der Film lässt sich ja, also ich fand den kurzweilig, aber lässt sich relativ viel Zeit, bis er dann wirklich mal so ins Eingemachte geht und das fand ich schön, weil er sich wirklich, also er gönnt Laurie Stroh zu Beginn auch wirklich mal so ein paar, einfach so ein paar, schöne Momente. Natürlich, wie gesagt, ist es schon ein bisschen seltsam, dass 50 Leute tot ist okay, das reicht mir jetzt aus, um zu sagen, ja okay, ich liebe mein Leben wieder und ich habe auch nie so richtig verstanden, zieh doch einfach da weg. Ich meine ganz ehrlich, was soll das denn? Also Haddonfield ist jetzt auch nicht New York City, ne? Ne, und vor allen Dingen diese, da sind so schöne Erinnerungen dran. Ah, okay, also wie deine Tochter umgebracht wurde und deinen Schwiegersohn und du als Babysitter damals auch fast und du bist, ne, also, da sind auch so, da sind so viele, wir haben ja keine Kasse, da sind so viele Prämissen des Films, die ich einfach nicht kaufen konnte. Also, auch mit Verlaub, das was du ja sagst, das hat ja was mit der Stadt gemacht, das wird mir aber so gerusht in diesem Off-Kommentar mit Bildern, mit Bildern gezeigt, es hat ja Leute gegeben, die aufgrund dieser Ereignisse den Freitod gefehlt haben und zwar nicht zu knapp und das kann doch, es muss doch eine Stadt traumatisieren. Das hat es doch auch offensichtlich, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben ja, also Vergangenheitsstu, hattest du ja letztes angesprochen, dass es ja diesen, das Opfer in Halloween 18 gab, dieser dicke Junge am Zaun und dann die Mutter ihn gesehen hat und zu Beginn sehen wir halt, wie du sagst, dass so ein paar Selbstmorde in den Händen fehlt. Ich glaube, dass einer dieser Selbstmorde, die Mutter von dem dicken Jungen war, oder? Ja, ich glaube auch. Okay. Aber es ist sowieso, so Mütter in diesem Film, da merkt man auch, nicht nur an dem Aspekt, sondern auch an Stichwort Kanalisation, ich glaube, David Gordon Green hat auf jeden Fall It Chapter One gesehen und fand das ziemlich geil, was man so mit A, der Kanalisation, was man da so für Jumpscares machen kann und B, wie man eine dominante und dabei sehr, sehr toxische, oh, Kultwort, sehr, sehr toxische Mutter-Sohn-Beziehung zeigen kann. Ja. Das ist ja am Beispiel der Mutter von Corey echt mit dem Holzhammer. Ja, also die ist auch, da muss ich auch wirklich sagen, ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das ein gescheiterter Comic Relief gewesen, diese Mutter. Meinst du? Also gescheiterter Comic Relief, ich kann mir das nicht vorstellen, die war mir halt einfach so drüber, ich weiß es nicht. Und das fand ich auch irgendwie schön, dass dieser, ich glaube halt wirklich, dass da viele Ideen drinstecken und nicht alles funktioniert. Vieles funktioniert nicht, Gott bewahre, vieles funktioniert nicht. Da sind echt viele Rohrkrepierer dabei. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich tolle dem Respekt irgendwie. Ich hatte damit echt eine gute Zeit. Ich hatte damit wirklich meinen Spaß und ich wiederhole mich erneut, ich habe das so nicht erwartet. Und wenn ich etwas nicht, wenn ich überrascht werde, meine Erwartungen vielleicht auch unterwandert werde und ich gleichzeitig aber auch denke, ach, ich habe jetzt hier aber echt meinen Spaß und ich finde auch noch Sachen, worüber ich, sage ich mal, nachdenken kann, wenn ich will, denn denken ist doof, seien wir ehrlich, dann sage ich nur, danke, Chapeau, gefällt mir. Ja, ich glaube, ohne Spoiler kann ich jetzt gar nicht so sehr noch darauf eingehen, deswegen sollten wir mal Richtung Fazitstrecke oder Straße einbiegen, oder? Genau, genau. Pass auf, ich mache es kurz. Ich kann fast sämtliche negative Punkte, die du angesprochen hast, kann ich beipflichten, aber sie haben eine andere Gewichtung für mich. Ich fand, das war ein kurzweiliger, überraschender, sehr eigensinniger und ja, fast schon intimer Film, weil er halt wirklich, sich wirklich sehr auf Laurie Strode konzentriert. Ich hatte meinen Spaß damit, ich finde, das wird mir garantiert auch ein Bummerang, aber ich finde, das ist für mich der beste Teil der drei Legacy Sequels. Bin sehr gespannt, die jetzt mal alle in einer Reihe zu gucken, irgendwann in ein paar Jahren und hatte eine wirklich gute Zeit im Kino und hoffe sehr, dass ich nicht der Einzige bin, der das sagt, weil dann bin ich sehr einsam und alleine und dann gehe ich irgendwie in die Kasselation und treffe da böse Leute und naja, du weißt schon. Entschuldigung. Ja, ich muss auch da leider ein Fazit dir wieder, also widersprechen, heißt ja nicht, dass deine Einschätzung jetzt komplett aus der Welt zu negieren ist, aber ich finde halt nicht, gib mir noch einmal recht Timo, meine Güte, es ist so schwer. Hab ich doch, hab dir bei irgendeiner Sache, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, hab ich dir beigeflirt und gesagt, ja gut, kann ich akzeptieren. Nein, ich finde halt nicht, dass Laurie Stone im Fokus steht, sondern die neue Figur Corey steht im Fokus und ein bisschen Alison und beides funktioniert für mich leidlich. Das ist okay, wenn man neue Wege geht, damit habe ich wirklich als Nicht-Fanboy auch weniger Probleme, aber für mich hat auch diesen Film wirklich nichts überrascht, weil das, was gemacht wurde, sollte überraschend sein, hat aber für mich einfach nicht kohärent funktioniert und dementsprechend, es ist ja so, dass der Film im Streaming und im Kino in Amerika erscheint. Ich würde prognostizieren, dass er ein sehr, sehr vernünftiges Startwochenende hat, aber danach sehr, sehr absacken wird, weil er wirklich ganz, ganz schnell Word of Mouth in schlechter Manier kriegen wird und ich kann das verstehen. Wie gesagt, ich habe wirklich wenig Spaß gehabt in dem Film, ich hatte wenig Momente, wo ich dachte, jetzt habe ich mal Gänsehaut, jetzt finde ich es mal spannend, jetzt finde ich es interessant, jetzt finde ich es vielleicht lustig, jetzt finde ich, dass eine Figur den Tod verdient hat oder nicht, weil die war auch doof zu einem und das ist halt aber im Spoiler-Teil vielleicht mehr dazu. Deswegen für mich eine Empfehlung für Halloween End. Alles klar, gut. Dann füge ich jetzt hier einfach mal eine Spoiler-Warnung ein. Wenn euch jetzt die Hörmuschel oder das Trümmelfil explodiert ist, dann bedankt euch bei Timo, der wollte das so. You're welcome. Da könnt ihr mal sehen, was diese Hater von Halloween Ends alles machen, um ihre Meinung zu untermauern. Ganz schlimme Leute, ganz schlimme Leute. Ich bin doch gar kein Hater, ich fand es einfach, es war kein guter Film. Und jetzt sage ich auch warum. Du und dein Hass. Eure scheiß Stimme. Ne, das ist jetzt ein Fußballwitz, das lassen wir lieber an dieser Stelle. So, wo fangen wir an? Das ist eine gute Frage. Erst einmal muss ich mein Vergangenheits- ich mal wieder loben, denn also meine Güte... Moment, Moment. Danke, danke, danke. Ich hatte mit meiner Prognose ich lag relativ gut richtig, ne? Du lagst komplett richtig. Vielleicht war doch das mein größtes Problem, dass ich dachte, ja toll, das weiß ich jetzt ja alle schon, weil mein Vergangenheits-Kollege das alles schon... Nein, das war wirklich... Das ist ja nichts, was einen jetzt großartig dann im Verlaufe des Films schon mal gar nicht mehr überrascht. Also deswegen diese behauptete Edginess mit... Wie gesagt, wir sind im Spoiler-Teil, dass wir hier Michael Myers und seine Maske und einen weiteren maskierten Killer haben, der sich... Und da ist auch gar keine Geheimniskrämerei, der tatsächlich dann dieser nette Babysitter Corey ist, habe ich halt leider... Ich habe es nicht gekauft. Ich fand den Aspekt und die Idee wirklich spannend und dachte auch, dass sie das... Das habe ich ja, glaube ich, auch im Vergangenheitsteil gesagt. Wenn das erzählerisch gut unterfüttert ist, kaufe ich das. Ich fand es halt nicht erzählerisch gut unterfüttert. Weil diese Szene, die ich vorhin ansprach, im Nicht-Spoiler-Teil, Michael Myers zieht ihn in die Kanalisation. Warum auch immer? Denn da hat er jetzt vor vier Jahren anscheinend ein gutes Leben gehabt. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist schon irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, wirklich total komisch. Da steht, der hat wirklich vier Jahre und dann kann er sich auf die Runde rum. Das ist einfach rotzedumm. Entschuldigung. Aber es ist wirklich, das ist so dumm. Dieser Mann, also nachweislich wissen wir am Ende, es ist ein Mensch aus Fleisch und sehr viel Blut. Der muss ja irgendwie auch mal was essen. Also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht den, also den Jumping-the-Shark-Moment hatte diese Reihe ja bei Kills, wo irgendwie, wo geschossen, in den Rücken gestärbt wird und so weiter und du denkst, du kriegst, ey, ich es nicht tot zu kriegen. Grüße an Stan an dieser Stelle. Aber komm jetzt, der sitzt da dann und irgendwie, dann findet er diesen Corey, blickt ihm in die Augen und denkt, oh, der ist wie ich. Oder ein Teil davon schlummert in ihm. Ich lass ihn leben und lass ihn laufen. Und hoffentlich wird er so zu mir. Und dann gibt es manchmal so, also das ist ja in Moderation, siehe Scream-Reihe mit zwei Mördern, wenn dann gerade ist der Stu und Billy Madison, Billy Madison, Billy Loomis, Entschuldigung, Grüße an Adam Sandler an dieser Stelle. Billy Madison. Das will ich jetzt aber schon sehen. Lass es bitte drin, lass es bitte drin, dass ich Billy Madison statt Billy Loomis gesagt habe. Diese Auseinandersetzung am Ende, wo nicht so tief reinschneiden und so, das hat natürlich Momente gehabt, die immer funktioniert haben. Hier gibt es Momente, wo es so a la Tag-Team ablaufen soll und es, Entschuldigung, es ist halt wirklich Hanebüchen. Es ist, es ist, es ist, es ist totale Hanebüchen. Und weißt du was, ich hab's total genossen. Ich hab's total genossen. Gut. Also wer, wenn es dir was gegeben hat, ist das doch schön, ist doch super. Mir hat's halt wirklich, ich dachte, okay, was soll das jetzt? Also, können wir das nicht irgendwie anders regeln? Ist das nicht irgendwie sinnvoller so? Also ich hätte so eine, da ist es halt schlimm, weil Michael Myers nicht spricht, aber so eine Adjutantennummer, so eine Lehrling und Lehrer, Lehrmeister, so, Jedi-Meister und, und Jedi-Paderwan. Ja, es gibt ja auch einmal diese Szene, wo es auch fast so aussieht, als würde er ihn steuern, ne? Ja, und es gibt gleichzeitig diese Szene, in der der Ex-Freund von Alison, ist natürlich auch ein Cop, da, ähm, in diese Kanalisation, äh, Wobei, ganz ehrlich, ging es ja auch so, es wird so offenbart, das ist übrigens ihr Freund oder Ex-Freund, du denkst dir, der ist doch mindestens 50. Ja, der ist auf jeden Fall relativ, der ist natürlich stressig, also, in Haddon fehlt Cop zu sein, bei den ganzen Selbstmorden, da wirst du schon mal gesichtsalt, also, wer wüsste das besser, äh, wer wüsste das nicht besser als ich. Auch das Sheriff Hawkins, der geht nämlich einfach nur einkaufen und redet von Kirchstern. Ja, und Will Patton hat irgendwie in den letzten Jahren das total gut gemacht, dass er seine Haare jetzt einfach ganz lang wachsen lässt und dann so rüberkämmt, das fällt gar nicht auf, dass der eigentlich nur den Kranz hat, so wie Christoph Maria Erz oder andere, die den Kranz auch haben. Ja. Lüsse an mein Zukunfts-Ich. Ähm, äh, wir schweifen ab. Ähm, dieser Kill, dieses, ist der Sheriff oder der Kopf, ist ja auch wurscht. Da, wo du so dieses, oh, also ohne Geräusch, aber wo, ich muss das als Geräusch machen, wir sind ja im Podcast, wo halt Michael Myers so einen revitalisierenden Moment hat. Also, da war natürlich im Nachgespräch auch nach dem Kino auch die Frage, ob ihm da einer abgegangen ist, also, ob das quasi so sein sexuelles, ähm, sein sexuelles Moment war und ja, das kann man verlachen, aber es war tatsächlich ein sehr, sehr merkwürdiger Moment, dieses Zucken, dieses, ah, jetzt bin ich wieder ich, also so a la Hulk Hogan, Ultimate Warrior, da waren wir halt, ne, waren wir halt beim Wrestling, ja, also, da weiß auch David Gordon glaube ich schon so, welche Klientel da ins Kino marschiert. Das sind halt nicht 50 Leute, so, das hat Leute, aber generell, also, es gibt Momente, da funktioniert das Killer-Do, Stichwort, ähm, Loris, Loris sag ich schon, Alisons Kollegin, die ja auch diese Fig-Promotion kriegt, darf man das sagen, ja, ne? Ja, also, das sind auch Figuren, die auch nur dafür, ich meine, die werden inviiert und du weißt genau, genau wie so komischen vier Kids da, die Corby halt so ein bisschen bulligen, du weißt genau so, ach komm, in einer halben Stunde seid ihr tot und es kommt auch, genau. Ja, und die sind dann noch relativ lange sogar da und die sind natürlich auch aus It Chapter One und auch in Teilen Zwei ein bisschen geklaut, äh, muss man ehrlicherweise sagen und diese, diese Kollegin, die ist ja gar nicht so unnett, die kriegt halt nur irgendwie diese Promotion, weil sie mit dem, ihrem Chef Bums natürlich ist ja, wie man das so, es ist auch halt so vom Geschlechterbild her auch Grüße an Lieder, auch nicht gerade so progressiv, was man da so sieht, aber da ist schon, das ist schon, das klingt so blöd, weil die ja außer moralischen Verwerfungen nichts getan haben, aber das sind so Kills, da sagt man ja, also, ich glaube übrigens, dass uns eine Extended-Fassung erwartet, denn ich habe mal heute nochmal diese offiziellen Bilder mir angeguckt und gerade der Mord an, äh, Corys Mutter, da siehst du, gibt es ein paar Bilder, die habe ich im Film nicht gesehen, weil der geschieht ja im Film quasi offscreen, also da könnte vielleicht sein, dass da noch was kommt, ich bin gespannt. Ja, bestimmt, für die Goa-Bauern unter euch, ganz, ganz wichtig. Aber ich muss sagen, der eine Kill vom Radio-DJ, der ist halt wirklich heftig und das hat auch mehr was von Jason Fowies als Michael Myers, trotz allem, er hatte was, mir hätte er gefallen, also, weil es, das haben wir gar nicht angesprochen in unserem Nicht-Spoiler-Part, der Film durchaus auch ein paar amüsante Stellen hat, nicht nur blutige amüsante Stellen, auch so ganz amüsante Stellen, ich finde. Ja, das haben wir aus dem Grund nicht angesprochen, weil ich das auch nicht gesehen habe, aber ich finde den Kill auch konsequent, weil einem Radiomoderator, der halt wirklich, ist übrigens auch so eine Hollywood-Truppe, die ich nicht mehr sehen will, so ein Podcaster, der Verschwörungstheorien rausballert oder so ein Radiomoderator, der irgendwie sämtliche Leute, die irgendwas mit der Hand zu tun haben, so in so eine moralische Schuld reinbringt, der dann natürlich das zeitliche Signum muss, aber dem die Zunge abzuschneiden, also ihn erst, also da ist er noch nicht so ganz so tot, aber ihm quasi dann die Zunge abzuschneiden, das ist schon, das ist konsequent dann. Ich hätte ihn noch vielleicht an diesen Radiopfahl da irgendwie gebuckt, da ist die Zunge abgeschnitten, dass dann die Zunge, wir sind im Spoiler-Teil, dass dann die Zunge auf den Plattensche, das war dann für mich der einzige wirklich amüsante Moment, wo ich auch sehr gelacht habe, dass die Zunge die Platte zum Springen auf den Plattensche. Aber, also ich habe ja gerade gesagt, das ist eigentlich nicht die Art von Kill, die Michael Myers macht, also zumindest aus meiner Perspektive, aber es ist ja gar nicht Michael Myers, es ist ja Corey, der ihn umbringt mit Michael Myers Maske und da macht es dann auch wieder Sinn. Das ist, ja, also der Kill hat auch für Genächter gesorgt im Kino, muss man sagen. Ja, weil das, das ist ja auch wirklich, also wir haben ja schon diese Freundin oder Kollegin angesprochen, das ist auch der Kill, der ist wirklich, und die Figur an sich, die hat tatsächlich durch ihren, natürlich auch in der OV durch ihre, durch ihren Sprachduktors hat die einen gewissen Humor, aber gleichzeitig ist die ja ultra asozial, also was macht die auf meinem Besitz und so weiter, da ist ja keine Sau sonst, das ist tatsächlich kein Schwein da für deine scheiß Antenne und für deine, für deine Sendung vielleicht schon, die hört ja auch nur Alison anscheinend, ansonsten hörst du die ja nicht in dieser Stadt und der ist schon okay. Ähm, das war auch so der Moment, das mit der Maske, ne, also das hat, das hat man in Teil 1, ja finde ich schon, oder in Teil 2, also in dem 18er Halloween hat man das nicht gut aufgebaut, welche Wirkung diese Maske hat oder wie, welches Mysterium diese Maske umgibt und so ist das schon ganz kohärent und ganz, ganz schlüssig, dass dann, und konsequent, dass dann Corey ja auch, Michael Myers irgendwann diese Maske quasi abnimmt, also so ein Mato, alter Knacker. Wobei ich da schon überrasche, wie einfach das geht. Ja komm, also ganz ehrlich, wenn du da halt 40 Jahre im Knast warst und schlechtes Essen kriegst und dann 4 Jahre noch in der Kalation gar nichts isst, außer vielleicht Ratten in den Kopf abbeißt, äh, ja, da wird, also da ist schon der Proteinhaushalt sehr, sehr gering und sehr, sehr niedrig, also das ist schon okay. Dann natürlich auch wieder so ein Wrestling-Moment, der Undertaker klappt wieder hoch, kurz, das ist auch schön, das kann der Film auch nicht mal kurz so stehen lassen, so ein Fragezeichen für die Leute lassen, ist jetzt Michael Myers vielleicht auch aufgrund dieser Maske, die er nicht mehr hat, wirklich ist, sagt er sich hier, komm, jetzt hab ich's aufgegeben, nein, du hast 3 Sekunden später, klapp, er ist, nein Leute, keine Sorge, er kommt wieder, he's coming back. Ja, wobei er ja auch schon, die Titelanbindung Michael Myers. Wobei er ja auch in Halloween Kills eine Missgabe bis zum Anschlag in den Rücken bekommt und der ohne Maske dann trotzdem weiterläuft, also das war für mich schon klar. Und was wir auch recht hatten, wir sehen ihn nie, also aus der Entfernung, aber wir sehen Michael Myers so oft ohne Maske wie selten zuvor. Trotz allem kann ich, dass man sein Gesicht sieht. Nein. Das Schöne ist, sie haben ihn nicht sprechen lassen, wobei ich ja sagen muss, ich dachte mir so, so eine Art Musical, weißt du Michael Myers, der so durch Haddonfield läuft und singt so, maskenlos durch die Nacht hab ich halt Haddonfield umgebracht. Überleg mal, wäre lustig, glaube ich, oder wahrscheinlich nicht. Doch, total. Das hätte ich alles besser gefunden als das, was ich gesehen habe, um mal so ein bisschen auch wieder pointiert und ein bisschen in die negative Richtung zu gehen. Aber da gibt's halt auch so einen Moment, weißt du, da hast du diesen Darth Vader Atmer drin, das ist halt auch das Gefühl, das ist ein bisschen für die Fans, da steht dann Michael Myers am Baum, guckt Laurie an und geht auch wieder weg. Warum auch immer. Und du hast das Gefühl, hat sie ihn jetzt eigentlich gesehen? Nein, hat sie nicht. Und in den Schälern war ja auch, glaube ich, so, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Also ich rechne sehr, sehr stark mit einer Extended-Fassung, weil das wurde halt gar nicht mehr erzählerisch dann auch getroffen. Ja, wobei, ich glaub, das haben sie einfach entnommen in der Szene, wo sie ihrer Enkelin sagt, dass sie ihn gesehen hat in den Augen von Corey. Ja, ist gut möglich. Aber ja, das ist natürlich auch... Aber das ist natürlich auch... Also im Endeffekt haben wir hier ein Iron-Man-Problem, weil Laurie ist an allem schuld, denn auch sie sticht ja in der ersten Szene, gemeinsamen Szene, weil sie so mit diesem Jungen fühlt, sticht sie ja den Reifen kaputt oder animiert ihn, diesen Reifen von diesen Bullys kaputt zu machen und keine 20 Minuten, zumindest gefühlte 20 Minuten später, ich glaub, es sind drei gemeinsame Szenen, später sagt sie, der ist... Also, nee, Alison, der ist nicht gut für dich. Das... Nee, also du kannst ja gerne, aber nicht mit dem. Das ist so eine Sache. Puh. Wie fand denn... Was glaubst du, was deine Schwiegermutter mit deinem Vorführgespräch geführt hat? Kein Kommentar. Ja. Wie ging's denn dir mit diesen doch ja am Ende? Also so ein paar Twists gibt's ja wieder. Also ich spreche mal einen an. Lorys Suizidanruf, der ja dann nachweislich gefakt ist. Ich dachte wirklich, okay, also mir sind zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Zum einen halt, wie es dann auch gekommen ist, ist es ein Fake und ich finde, das tut der Figur auch gut, weil er weckt so die Kriegerin und das ist auch so dieses so, Lori gibt nicht auf. Das, finde ich, ist das Schöne an der Figur. Auf der anderen Seite dachte ich, wenn sie das jetzt durchziehen, meine Fresse. Ja. Dann brennt die Hütte aber. Ich meine, dann hätte uns der Trailer auch wirklich hart getrollt und das kann ich dann fast besser verknusen, weil ich dachte, ich hab's, ich dachte in dem Moment, ich weiß halt aus dem Trailer, dass es noch so einen Moment geht, wo sie die Waffe auf Michael richtet und den hatten wir noch nicht. Ja. Und dementsprechend war das so, ach, das ist doch, ich weiß, dass das jetzt nicht passiert, aber es wäre, es wäre wirklich, das wäre halt hart konsequent und das wäre eine Sache, die hätte ich nicht jetzt übelst abgefeiert, aber da hätte ich gesagt, hm, das ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Moment und gleichwohl ist das ja auch eine Szene, in der dann nicht Michael die Maske trägt, sondern Corey, also auch schön, was der Trailer so an Suggestiv-Momenten hatte, wo man natürlich immer davon ausgegangen ist, das ist Michael unter der Maske. Aber das Schöne ist ja, dass sich ja da auch wieder was spiegelt, denn im Prolog sehen wir ja, wie Corey diesen Jungen, als wäre ja wirklich ein Unfall, umgebracht hat, aber es sieht halt wirklich alles danach aus, als ob er der Täter ist, wenn da die Mutter hochkommt, während steht er mit dem Messer und das wird sich ja quasi und vorhin noch sagen, I kill you, I kill you. Ja, ja, genau. Und dann siehst du halt gegen Ende, wenn Alice nach Hause kommt, da steht deine Mutter mit dem blutigen Messer über der Leiche von Corey. Ja, das war schon extrem gut gemacht und da ist halt für mich so der Moment, ich kann jetzt, ich könnte jetzt komplett verstehen, wenn Alice einfach wegfährt und fertig und vielleicht dann von doch Michael irgendwie noch zur Strecke gebracht wird. Da hatte ich auch so ein bisschen die Angst, weil ich fand die Figur von Alice wirklich sehr sympathisch, aber ich verstehe da nicht so ganz, warum sie zurückfährt. Naja, sie sieht den Turm brennen und sie weiß ja, was Corey dieser Turm bedeutet und er sagt ja, er möchte alles abfackeln. Dann bekommt sie noch den Anruf von Frank, der sagt, hör mal, wir haben hier gerade einen Suizidanruf hier von deiner Mutter bekommen und dann fährt sie zurück. Und ich finde es auch eigentlich ganz, ganz gut, dass die beiden Stuart-Frauen dann gemeinsam Michael Myers richten, weil ich sag mal so, Laurie macht die meiste Arbeit und es ist schon irgendwie ein bisschen, es ist schon ein bisschen scheiße, dass sie es nicht geschafft hat, als ihr Haus eine Festung war und sie drei Milliarden Waffen hat, aber mit zwei Messern in der Bratpfanne und einem Kühlschrank geht's. Es ist schon... Die Haushaltswarenindustrie freut sich. Ja. Jetzt bei Teleshop. Dieses Messer können sie für 99,80 Mark hier kaufen. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr scharf. Ja, so generell, ich fand's wirklich, du hast ja einen Moment, du fragst dich nicht, sondern du weißt ja, dass dieses Franchise nie so ganz tot ist und du fragst dich natürlich aber, wie sie es bewerkstelligen, diese mögliche Neuinterpretation in ein paar Jahren und sie wird folgen, davon gehe ich ganz fest aus, wie sie es machen können und sie haben es natürlich da... Und das finde ich gut, den Weg, das ist dann, finde ich, wirklich eine der vielen konsequenten, eine der wenigen konsequenten Sachen in dieser Reihe, dass sie es auf diese Maske fokussieren und das Ende von Michael Myers, das ist dann, finde ich, wirklich, das hat am Ende, das war für mich ein runder Bogen, also dass der junge Mann in der Schrottkresse landet und dann noch vorher ja schon Knochen gebrochen, Arm gebrochen, etc. Ja, also... Dass er da noch mit durchgeschlittener Kehle halt Laurie noch würgen kann, also... Ja, ja, also er macht, also er wird... Respekt. Sie macht eben schon echt den Garaus, muss man sagen. Natürlich bleibt trotzdem noch immer dieses Fragezeichen bestehen, weil, ich meine, er wird ja auch in Harry and Kills echt böse massakriert, ne? Aber, ich sag mal so, jeder, der sagt, ach, der steht wieder auf und der... Aber dann landet er halt in einer Schrottpresse und du siehst halt, wie der Körper, der zermalmt wird, wirklich in seinen Einzelteilen, da gibt es für mich auch... Das ist das K-10-Schworte. Ja, genau. Da gibt es für mich auch dann keine Ausreden. Also wenn jetzt noch ein vierter Teil kommen sollte, der dann sagt so, nee, nee, das war nicht Michael Myers, das war sein Drift-Schwager, dann ist für mich auch sagen, okay, Leute, ich hab bei Alienware 1 hab das ja meiner Meinung nach richtig gemacht, aber jetzt verkackt es wirklich. Und ich mochte das Ende, also den Abschluss. Ich fand's ein bisschen seltsam, dass sich Halb-Heddenfield trifft und ihn in so einer Prozession zu dieser Schrottpresse bringt. Konsequent. Eine der wenigen konsequenten Dinge, die, wenn wir das annehmen, dass diese Stadt ein Trauma trägt und das haben die diversen Suizide und auch Teil 2 der neuen Reihe gezeigt, dann fand ich das wirklich konsequent. Auch, dass der Sheriff, der vorher immer sagte, ja, das geht so nicht, das geht so nicht und nein, ich muss Ordnung herrschen und auch diesmal vorgesagt hat, nee, heute Nacht nicht. Also heute Nacht ist alles so The Purge-mäßig. Heute Nacht ist alles an der Nacht mit ihm. Ich hatte halt das Problem, dass wenn sie auf dem Schrottplatz sind und sie die Leiche dann da wegtragen, das hatte fast schon was, als würden sie Jesus wegtragen. Und ich denke mir mal, also klar macht das Sinn, ja, und es ist auch im Soweit ein schönes Ende, aber was mir da gefehlt hat, ist halt eben, dass man auch merkt, dass die Leute ihn eigentlich mehr hassen. Das wirkt für mich mehr wie, als würden sie den Messias sogar betragen. Das fand ich ein bisschen doof. Ja, dadurch, dass er natürlich auch so eine quasi Kreuzigung da auf dem Esstisch oder auf dem Küchentisch schon erlebt hat, ja, da gebe ich dir einen Punkt. Ich fand es halt wirklich konsequent und gleichzeitig merkst du auch, das kommt ja wieder das große Ganze vielleicht im Spiel, dass Blomhaus halt die Rechte, wie du auch schon im Vergangenheitsteil gesagt hast, abgibt und sich auch so gesagt hat, so ein bisschen nach dem Motto, uns ist jetzt eigentlich scheißegal, wie es weitergeht. Wir haben unser Machtwerk getan, wir haben unseren Cash Grab gemacht, denn der Film, habe ich schon gesagt, der wird so, ich denke so unter 100 Millionen in den Starten einspielen, aber ein gutes Startwochenende haben. Ich sehe halt bei Universal, das habe ich schon mal angedeutet, ein grundlegendes Franchise-Problem. Also du hast, finde ich echt, bei Fast 9 schon irgendwie lange schon den Shark gejumpt. Du hast bei Jurassic World, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, aber der macht halt so ähnliche Sachen, dass der hier Sachen aufbaut und eigentlich Dinge erzählen könnte, die er nicht erzählt und die hätte ich 15 Mal interessant. Wobei man auch jetzt mal sagen muss, dass Universal auch viele andere tolle Projekte, klar im Franchise-Bereich, haben die schon dieses Jumping the Shark, wie gesagt, Fast and Furious ist einfach Jumping the Shark als Kunstform erklärt, ist einfach so. Absolut. Aber wobei, so ein bisschen, sagen wir mal ehrlich, so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen haben sie sich an der Hintertür aufgelassen. Denn die allerletzte Einstellung, die wir sehen, ist das Wohnzimmer von Norris Stroad und da liegt auf dem Esstisch oder auf dem Couchtisch die Maske. Wo ich mir halt da denken würde, warum hat man den nicht einmal auch geschreddert? Ja, wieder so ein Moment, also man darf diesem Film nicht so viele Warum-Fragen stellen, dann bricht er in sich zusammen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also das ist, das ist dieses Suspension of Disbelief. Ja. Das ist schon, puh, da muss man eine Menge schlucken und eine Menge ignorieren. Nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass die Maske da liegt und dann vibriert irgendwas, man könnte noch, ja, oh, das nicht. Da liegt einfach nur eine Maske wirklich zwischen anderem Zeug, aber sie liegt halt noch da und wir wissen halt, dass diese Maske halt eben irgendwie, von der geht irgendwas aus und deswegen, hm, mal schauen. Aber ich glaube es nicht dran. Also ich meine, Never Say Never, ne, und wir dachten auch alle nach Tokyo Drift, gibt es keinen Spaß und Füge-Film mehr, also von daher abwarten. Aber ja, ich bleibe bei meiner Theorie oder Prognose, das ist der letzte Halloween-Film von Blumhouse und Universal, aber gar nicht der letzte Halloween-Film an sich. Nein, das glaube ich nicht. Schöne Schlusswort. Finde ich auch. Timo, es war mir eine große Freude, mit dir, so lange, über zwei Tage verteilt, über Halloween, Halloween-Kills, Halloween-Ends, ähm, zu reden. Wir waren nicht in meiner Meinung, wir haben das aber respektvoll gemeistert, wie ich finde, ja, wir gehen als gute Kollegen und Freunde auseinander. Ähm, ich wünsche euch da draußen viel Spaß im Kino oder bei was auch immer. Denkt dran, den Telestammtisch zu bewerten bei Spotify und wo man ihn überall bewerten kann, warum ihr ihn positiv bewerten solltet, ganz klar, weil wir es verdient haben. Ich glaube, dieser Podcast ist dafür der ganz klare Beweis. Denkt auch bitte dran, wir haben eine Website tele-stammtisch.de, da kriegt ihr alle unsere Podcasts und auch ein paar Hintergrundinformationen zu den Redakteuren. Also, wenn ihr mal so richtige Schmutzwäsche vom Timo lesen wollt, geht da drauf. Ja, ja. Ansonsten bleibt mir nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Timo, dir gebührt das letzte Wort. Evil dies tonight, 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 evil dies, sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.